Schön, wir haben nun drei Champions. Ich bin sicher, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr alle, auch die nicht ausgewählten Schüler aus Beaubaton und Durmstrang, euren Champion mit äußerster Kraft unterstützt. Das war ein Zitat über das Trimagische Turnier. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist das Trimagische Turnier. Das Trimagische Turnier entstand irgendwann im 13. Jahrhundert und endete wahrscheinlich 1994. Das klingt so, als wäre es ein Turnier gewesen, was 700 Jahre lang ging. Aber wir wissen alle, was du meinst. Wie das alles zusammenhängt, das werden wir euch jetzt im Folgenden erklären. Und für die, die da jetzt noch eine Frage zu haben. Höret zu. Wir kennen das Trimagische Turnier als magischen Wettkampf zwischen den größten europäischen Zaubererschulen. Der Name ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Tri leitet sich ab von dem englischen Wort 3, 3. Und magisch ist ja klar. Es ist also ein Turnier zwischen drei Schulen, die drei Aufgaben lösen müssen. Oder sollten. Ja. Für alle, die nicht wissen, was das Trimagische Turnier überhaupt ist, erkläre ich es nochmal kurz. Bei dem Turnier treten, wie gesagt, die drei größten europäischen Zaubererschulen gegeneinander an. Das sind Hogwarts, Durmstrang und Beaubaton. Und jede Schule wird von einem Champion repräsentiert, der eben diese drei verschiedenen Aufgaben stellvertretend für die ganze Schule löst. Die Aufgaben testen die magischen Fähigkeiten, die Intelligenz, den Einfallsreichtum, auch den Mut der Champions. Und der Gewinner erhält ewigen Ruhm und ein Preisgeld. 1994 sind das 1000 Galleonen. Das Trimagische Turnier sollte anfangs auf jeden Fall irgendwie auf freundschaftlicher Basis einen Wettbewerb zwischen den drei Schulen Hogwarts, Durmstrang und Beaubaton darstellen. Jede Schule war abwechselnd Gastgeber dieses Turniers, was alle fünf Jahre stattfand. Also das ging dann so rein um. Ich habe mir dann überlegt, warum haben die sich gedacht, Schulen müssen da jetzt so einen Wettkampf austragen. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine Art Schnapsidee war. So ein bisschen aus Langeweile. Und weil man sich auch gegenseitig so gerne so ein bisschen, also sich aneinander gerne misst. Gerade wenn das so große Schulen sind, die ungefähr so die gleiche Größe haben und gleich berühmt sind. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Mischung aus Langeweile und Ehrgeiz war, dass die sich dieses Turnier überlegt haben. Ich glaube eher, das ist so eine Angeberei. Jeder wollte seine tolle Schule mal zeigen. Jeder wollte mal zeigen, wir haben die besten Zauberer hervorgebracht. Und deswegen musste man das messen. So von wegen, nein, nein, wir haben den besten Schüler. Nein, wir haben den besten Schüler. Und dann wurde halt eben gesagt, ja okay, dann lass die doch gegeneinander antreten. Und dann ist das Turnier entstanden. Ich finde meine Idee, dass die da die ganzen Schulleiter und so mal zusammensaßen und einen über den Durst getrunken haben mit Feuerwhisky. Und sich dann gedacht haben, komm, wir machen mal was Lustiges. Finde ich irgendwie netter. Aber wahrscheinlich trifft eins einfach wirklich viel mehr zu. Das macht viel mehr Sinn. Ich finde, es passt einfach so zu der Zaubererwelt, dass das einfach alles so Angeber sind. Ja, das stimmt. Ja, nee, das macht schon Sinn. Gerade wenn man sich so überlegt, wer so Schulleiter war. Ja, genau. So Phineas, Nicholas Blacks siehst oder auch so ein Igor Karkaroff. Dann ist das natürlich nicht so gemütlich, wenn die da zusammensitzen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber irgendwie mag ich meine Vorstellung. Ich habe nochmal aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedankengang kam, aber es war mir wohl wichtig, das nochmal aufzuschreiben. Und ich lese nicht hier einfach vor, was hier steht. Und weil es natürlich nicht von Muggeln, sondern von Zauberern erfunden worden ist, ist es natürlich sofort klar, dass es kein normaler Wettkampf ist, sondern dass die Teilnehmer sich einer Reihe sehr schwierigen und vor allem magischen Wettkämpfen stellen müssen. Ja, das ist fast so gut wie ein magischer Zauberer, du, dass das trimagische Turnier auch magisch ist. Also ich fand das irgendwie, ich glaube, ich fand den Satz gut. Ich finde, vor allem hervorzuheben ist dabei, dass es auch gefährliche Aufgaben sind. Also die spielen jetzt nicht nur Schach gegeneinander, ne? Nee, und auch nicht Koboldstein. Ja, schade eigentlich, das wären auch magische Sachen. Ja, es ist vor allem gefährlich. Und die jeweiligen Schulleiter sind ja sowohl auch Juroren als auch Mentoren ihrer Champions. Im Internet steht, dass es insgesamt etwa 125 Turniere gab, von denen Hogwarts 63 Siege hatte und Beaubaton 62 gewonnen hat. Das würde bedeuten, weil 63 plus 62 ergibt 125, ich habe es nochmal nachgerechnet. Das würde aber bedeuten, dass Durmstrang einfach kein einziges Turnier jemals in diesen 700 Jahren gewonnen hat. Das wäre ziemlich traurig. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Problem, weil irgendwas stimmt mathematisch schon mal ganz grundsätzlich nicht, weil 125 Turniere in einer Zeitspanne, was ja alle fünf Jahre stattfinden soll, das wären 620 Jahre und nicht 700 Jahre. Also vielleicht gab es mal irgendwann früher ein anderes Intervall. Oder die Siege von Durmstrang wurden unter den Tisch gekehrt. Oder es gab zwischendurch auch mal Gleichstand. Deswegen wurden die Siege dann nicht gewertet oder so, weil auf jeden Fall passt da irgendwas nicht. Klingt tatsächlich ein bisschen komisch. Mathe. Wir kennen das Problem alle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass J.K. zu dem Zeitpunkt das noch nicht sich überlegt hat, wie viele Siege welches Haus, also welche Schule hatte. Sodass das im Zweifel im Nachhinein gemacht worden ist und vielleicht gar nicht von J.K. selber. Das heißt, auch die Leute, die für J.K. solche Infos streuen, können kein Mathe. Nee, niemand kann Mathe, glaube ich. Ja, ich finde es okay. Ich nehme mich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Ja, wir wissen noch von einem Jahr, in dem das Trimagische Turnier ausgetragen worden ist. Das ist 1792. Das ging gehörig schief, weil die Champions sollten irgendwie einen wild gewordenen Basilisken fangen. Ich wusste nicht, dass es da mehrere von gibt, ehrlich gesagt. Das Schlimme daran ist, dass irgendwie alle Champions verletzt worden sind und auch die Schulleiter. Und es gab wohl auch Todesopfer. Und das Turnier wurde dann abgebrochen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob gesagt wird, welche Aufgaben das ist. Also eins, zwei oder drei. Wahrscheinlich, wenn das abgebrochen worden ist, vielleicht. Keine Ahnung. Ist auch, glaube ich, egal. Ja. Also auf jeden Fall sehr dramatisch geendet. Ja, ich bin auch auf ein kleines Problem dabei gestolpert. Oh, ja. Und zwar ist das Brüten von Basilisken schon viel früher verboten worden. Ach so, ja. Das heißt, das ist auch ein kleiner Übersetzungsfehler, weil im Englischen heißt es nämlich nicht Basilisk, sondern Cockatrice oder Cockatrice oder so. Ja. Und das ist eine mythologische Kreatur, die quasi als sozusagen wie so ein Drache oder so ein Salamander mit einem Hahnenkopf beschrieben wird. Ah, okay. Und im Deutschen wird der Name gleichgesetzt mit Basilisk verwendet. Also ein Basilisk ist sowohl diese Riesenschlange als auch eben dieser Hahnenkopfdrache. Und deswegen ist es eben in mehreren Ländern in Europa so, dass einfach in den Harry Potter Büchern geschrieben wurde, dass der Basilisk ausgebrochen ist. Aber es war wahrscheinlich kein richtiger Basilisk, sondern eben dieser Drachenhahn. Okay, aber vielleicht ist das auch nur die Ungenauigkeit von den Erzählungen der Zauber- und Hexenmesse. Ja, aber ein Basilisk fangen, sorry, das ist doch eine stahlbekloppte Aufgabe, der bringt es doch sowieso an. Also es kann eigentlich gar nicht sein, dass es wirklich ein Basilisk gewesen sein muss. Das macht schon Sinn, ja. So oder so, anscheinend hat da irgendwas mit den Sicherheitsvorkehrungen nicht ganz gepasst. Überraschend ist es nicht, aber die meisten Hexen und Zauberer kennen diese Geschichte auf jeden Fall. Das ist jetzt was, was man sich auch erzählt. Man hat auch nicht so richtig, glaube ich, damit gerechnet, nach diesem Vorfall mit dem Basilisk-Kopfdrachen, dass eben das Turnier nochmal ausgetragen wird. Also ich glaube, man ist einfach davon ausgegangen, dass es jetzt vorbei ist, dass das eine, in Anführungszeichen, schöne Zeit war. Ja, wobei es gab ja schon einige Versuche, das Turnier wieder aufleben zu lassen, aber die sind allesamt gescheitert. Aus welchen Gründen? Weiß man nicht. Das weiß man wirklich nicht. In der Zaubererwelt ist ja für gewöhnlich alles möglich. Das stimmt. Ja, und erst 1994 kam es dann ja wieder zu einem Turnier. Und da waren wir ja quasi mit Harry live dabei. Mit dem berühmten Harry Potter. Ja. Aber dazu später mehr, weil jetzt kommen wir erstmal zu den Regeln des Turniers, oder? Ja, richtig. Die drei Champions der Schulen werden nämlich nicht einfach von den Schulleitern bestimmt, sondern sie werden mithilfe des Feuerkelchs ernannt, damit jede Schule einen Schüler stellt, der auch nicht aus irgendwelchen Vorlieben oder Vorzügen des Schulleiters ernannt wird, sondern eben ganz unparteiisch entschieden. Denn der Feuerkelch wählt Schüler aus, die ihre Schule am besten repräsentieren. Und dafür müssen die Schüler einen Zettel mit ihrem Namen in den Kelch werfen und dieser wählt dann aus allen Bewerbern den passendsten aus, indem er die Zettel in einer roten Flamme wieder ausstößt. Und dann habe ich eine Frage. Also das ist ja ein magischer Kelch, also der muss ja hergestellt worden sein. Bestimmt von Gobolden. Der ist ja relativ, der Kelch selber ist ja relativ unspektakulär. Das ist ja basic. Einfach so ein Kelch. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwer muss den doch dann magisch verzaubert haben. Wer war das? War der dafür qualifiziert? Konnte das jemand nachvollziehen, was er da verzaubert hat? Also ist das von einem zweiten mal geprüft worden? Weil sonst könnte da ja auch relativ viel Schindlo damit getrieben werden. Und würde vielleicht bedeuten, dass Durmstrung noch nie gewonnen hat, weil der Kelch für Durmstrung einfach den Schlechtesten auswählt, was natürlich jetzt in meiner Theorie bedeuten würde, Viktor Krumm wäre der Schlechteste, den Durmstrung hätte stellen können. Was ich auch für ein Gerücht halte. Das ist natürlich fies. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht so noch beleuchtet worden ist, wie so ein Artefakt zustande kommt. Also irgendwie wird ja nur erzählt, dass es den gibt und dass er das kann. Ja, das stimmt. Und ja, ich nehme an, er wurde da von den Schulleitern verzaubert, die das Turnier auch gegründet haben. Aber du hast schon recht, das hätte eigentlich jemand Unparteiisches auch machen müssen. Ja, wenn es denn dieser Unparteiische, also der soll ja Unparteiisch sein, dann finde ich, hätte es auch jemand Unparteiisches machen sollen. Sicher ist sicher. Genau, vielleicht haben sie das ja aber auch gemacht und wir wissen es noch nicht. Kann auch sein. Das wäre jetzt eine wilde Vermutung. Ja, genau. Spekulativ mal wieder. Und wenn man einmal ausgewählt ist, dann ist man gebunden, am Turnier auch teilzunehmen. Also man kann dann nicht mehr austreten und sagen, ah, ich will doch nicht. Also man sollte sich schon gut überlegen, ob man sich bewirbt oder nicht. Ja, es ist so ein magischer Pakt quasi, den du mit dem Einwerfen deines Namens, mit dem Feuerkelch offenbar direkt auch trifft. Was passiert denn, wenn du dann einfach doch nicht antrittst? Also kannst du ja dann... Alle sterben. Ah ja. Was heißt alle? Also alle drei Schulen als Ganzes? Ja, die tun ja immer so, als wäre das ganz schlimm, wenn man jetzt nicht teilnimmt. Ja, genau. Und ich weiß es auch nicht, was dann passiert. Vielleicht wird er dann sauer. Weil ich glaube, das hatten wir ja schon in Harrys Folge, in einem Buch, eine Folge in Harrys vierten Schuljahr, glaube ich, schon mal angeschnitten, dass es ja irgendwie komisch ist, dass man dann nicht einfach sagen kann, ja gut, dann, also ich tue jetzt so, als ob ich da hingehe und dann mache ich es halt einfach nicht. Und dann scheide ich halt als Schlechtester aus. Weil du kannst die Aufgaben ja auch falsch machen. Ja, aber ich glaube, das ist, widerspricht Harrys Ehre so, der will schon dann schon das Beste, die er verkannt. Ja, bei Harry vielleicht, aber... Aber ich finde auch tendenziell, dass es eine Option geben müsste, da auch wieder rauszukommen, weil stell dir vor, du kriegst am nächsten Tag plötzlich einen großen Schnupfen und kannst einfach nicht daran teilnehmen, weil du krank bist. Ja, zum Beispiel. Oder kriegst Drachenpocken, ja? Ja. Oder wirst von einem Irrwicht angegriffen. Das kann alles passieren, aber das hat der Feuerkelch nicht bedacht. Genau, also ich finde, es sollte schon irgendwie so ein magisches Zurücktretretrecht geben, wo man dann sagen kann, nee, doch nicht. Und dass man vielleicht eine Nummer zwei mit, dass der Feuerkelch direkt eine Nummer zwei mit aufstellt und sagt so, das ist Hogwart, das ist Cedric Diggory und Nummer zwei ist, keine Ahnung, Roger Davies, so fertig. Ja. Oder Angelina Johnson. Aber dann ist es auch nochmal ein Konkurrenzkampf innerhalb der Schule, weil wer hat es besser gemacht und, boah, ich glaube, der hätte einen Punkt mehr geholt oder so. Ist halt auch schwierig, ne? Naja, das... Ich finde eh, die nehmen das alle ein bisschen zu ernst. Also, ich meine, hallo, was für ein Vertrag, was für ein Pakt mit einem scheiß Kelch. Also, chillt mal ein bisschen. Das war als freundschaftlicher Wettbewerb gedacht. Kommt mal alle wieder ein bisschen runter, Leute. Betonen die das nicht auch immer mal wieder so, dass eine Freundschaft und dann eine... Ja, internationale Beziehungen und so. Ja, genau. Ganz toll. Gar nichts ist damit... Nee. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass diese Aufgaben ja auch einfach super gefährlich sind und die unterscheiden sich ja auch natürlich von Jahr zu Jahr. Das heißt, man kann sich auch überhaupt nicht irgendwie einstellen oder hat eine Ahnung, was für eine Fähigkeit jetzt in welcher Aufgabe abgefragt wird oder so, sondern ist halt immer unterschiedlich. Wobei das, finde ich ja, wenn man das so ein bisschen neutral sieht, ja schon Sinne gibt, weil sonst wäre es ja auch super lame, ne? Ja, ich sag mal so, wenn es ist so wie Olympia oder so, da hast du halt deine Sportarten, deine Kategorien und darauf kannst du dich dann halt auch vorbereiten, ne? Ja, das stimmt, ja. Naja, gut, klar. Es kann man... Es gibt wo auch Nachteile, sag ich mal. Es gibt 1994 dann eine Neuerung der... Also eine Erneuerung der Regeln oder zumindest ist eine Regel dazugekommen. Und zwar ist es so, dass nur noch Schüler teilnehmen können, die das 17. Lebensjahr vollendet haben. Und das soll einfach jüngere Schüler vor den Gefahren dieses doch sehr grausamen und gefährlichen Turniers schützen. Sehr vernünftig. 1994 ziemlich spät, also es gibt es ja jetzt schon seit 700 Jahren. 17 ist wahrscheinlich das Alter, was Dumbledore und die anderen sich ausgedacht haben, weil in der Wizarding World gilt man ja mit 17 als volljährig. Ja, ich habe mich dann gefragt, theoretisch konnten dann also auch offenbar vorher alle Kinder teilnehmen, auch Erstklässler theoretisch. Ich meine klar, da kann man natürlich nur hoffen, dass der Feuerkelch auch nur ältere Schüler auswählt als besonders passend, weil das wäre ja schrecklich. Vielleicht hat Dumbledore auch nur das mit der Alterslinie eingeführt, weil er Angst hatte, dass Harry ausgewählt wird vom Feuerkelch, weil er ja schon ein sehr außergewöhnlicher Zauberer ist und tendenziell vorher schon immer irgendwie 16- und 17-Jährige ausgewählt wurden. Aber da stellt sich mir auch die Frage, musste man nie irgendwie eine Einverständniserklärung der Eltern dann auch holen? Es wird dann so gesagt, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, euren Namen reinzuwerfen. Da kannst du ja nicht mal deine Eltern fragen. Hier, darf ich teilnehmen? Oder ist das okay für euch? Oder was haltet ihr von der Idee? Also ich glaube, dass da nichts gefragt worden ist. Ja, das ist schrecklich. Weil das ist doch in der Wizarding World immer so. Ja, das stimmt leider. Ich meine, die Eltern haben ja auch tendenziell häufig nicht so ein großes Interesse an dem Verlauf des Schuljahres. Ja, also wir haben ja nur wenige Situationen, in denen wir wissen, dass Eltern sich einschalten. Muggeleltern, erklär denen mal das Trimagische Turnier. Ja, und was das passiert und was das für Konsequenzen haben kann. Entweder du kippst als Mutter oder Vater einfach um vor lauter Schreck oder du checkst einfach überhaupt nicht, worum es geht und sagst einfach, ja, ja, mach das mal. Tausend Gallionen, ach ja, das nehmen wir. Ein Buchstabierwettbewerb. Du bist jetzt im Debattierclub. Super. Ah, Christine, das haben wir uns schon immer von dir gewünscht. Ja, deshalb ich glaube, dass das so wie immer ist. Es kann ja auch ein Basilisk in der Schule rum sein Unwesen treiben und die Schüler werden auch sehr lang, also die Eltern werden da ja auch nicht flächenmäßig informiert. Nö, es gibt auch nie so Elternbriefe. Aber vielleicht kriegen wir das auch alles nicht mit. Keine Ahnung. Naja. Wir können, also Hogwarts kann nicht immer die Ausrede benutzen, das kriegen wir alles nicht mit. Schade eigentlich, weil es ist eine ziemlich gute Ausrede, finde ich. Oder Harry interessiert sich immer für alles nicht und deshalb, weil er auch keine Eltern hat und sich dann denkt so, naja, das betrifft mich überhaupt nicht und die Dursleys juckt das auch nicht. Die denken sich hoffentlich nippelt er mir beim Trimagischen Turnier ab. Immer wenn irgendjemand sagt, ah, es wird dann noch einen Elternbrief geben, dann hält er sich so die Ohren zu und macht so la 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 la. Oder denkt dann später, denkt er dann an Cho oder so. Oh, okay, in die Richtung geht es also hier bei dir. Aber warum nicht? Ist ein bisschen abgelenkt. Naja, wir wissen ja, dass der Feuerkelch auch manipuliert werden kann, weil Barty Crouch Junior schafft es ja, Harrys Namen als zusätzlich vierten Champion in den Kelch zu werfen und ihn so zu täuschen. Und Harry muss ja, wie gesagt, teilnehmen, obwohl er eigentlich unrechtmäßiger Champion ist, weil Hogwarts hat zwei Champions und einer davon ist minderjährig. Also ich finde, das sind ja schon eigentlich zwei Regelbrüche. Da kann man schon mal diesen Vertrag brechen, der ja sowieso nicht eingehalten wurde in diesem Moment. Da wäre es ja irgendwie nur sinnvoll, den einen Champion wieder abzuziehen. Wobei, aber jetzt hast du gesagt, dass das ein Regelbruch ist, was Barty Crouch Junior macht, dass er da Harrys Namen reinwirft und dass Harry dann ausgewählt wird. Aber Harry hat ja keine Konsequenzen zu befürchten, außer dass er da mitmachen muss. Ja, der Regelbruch ist, dass es ein minderjähriger Champion ist. Ach so, ja, aber auch da passiert ja nichts mit Harry. Nee, weil der Kelch das ja falsch entschieden hat. Das heißt, der Kelch hat den Vertrag gebrochen, weil er einen minderjährigen Schüler ausgewählt hat und noch einen zweiten von der gleichen Schule. Das ist ja auch nicht rechtmäßig. Und dafür müsste man dann einfach sagen, okay, du hast den Vertrag gebrochen, Kelch, und deswegen wird der eine Champion wieder aus dem Turnier genommen. Wir brechen den Vertrag dann quasi auch, damit es wieder gerecht wird. Genau, aber das passiert ja nicht. Es wird ja nur gesagt, wenn der Feuerkirch das sagt, dann wird das auch so gemacht. Also doof ist es schon, ist auch unfair, haben wir jetzt auch alle schon gehört, ist jetzt aber egal. Ja, so ist es. Ja, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Was ja auch ein bisschen problematisch ist, es wird ja immer gesagt, die Champions sollen die Aufgaben natürlich ganz alleine bewältigen, ohne Hilfe, aber Schummeln ist irgendwie doch ganz normal in diesem Turnier, denn zwei von drei der uns bekannten Schulleiter helfen ihren Champions mehr als nur einmal und auch Moody aka Crouch Jr. hilft Harry ja ordentlich und in dem Zuge natürlich auch irgendwo Cedric ein bisschen und Harry und Cedric verraten sich ja quasi eh fast alles, was sie erfahren, um die Schuld irgendwie immer wieder zu begleichen. Und irgendwie wundert es ja auch keinen, dass geschummelt wird. Manche sind sogar der Meinung, dass Schummeln eine Tradition des Trimarkischen Turniers ist. Ja, genau. Das ist einfach normal und das gehört wohl dazu. Und anscheinend ist es auch nicht anders möglich, dieses Turnier zu überleben, als auch zu schummeln und sich abzusprechen. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht auch ein Regelbruch? Ja. Müsste der Kelch da nicht auch irgendwas sagen als unparteiischer? Ja, vielleicht entscheidet das nicht der Kelch. Der Kelch war nur für die Auslösung der Champions verantwortlich. Was das Schummeln angeht, hält er sich raus. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau. Also ich finde bis hierhin, jetzt haben wir die Regeln ja ziemlich genau erklärt. Also bis hierhin habe ich noch nicht verstanden, warum ich bei diesem Turnier mitmachen sollte. Das einzige, der einzige Grund, warum man das tun sollte, wäre ja dann immer noch der Geldpreis von 1000 Kaljonen und dieser nie endende Ruhm. Allerdings muss ich dazu sagen, dieser nie endende Ruhm, das ist total lächerlich, weil wir kennen keinen anderen Champion, der das Trimarkische Turnier gewonnen hat, der eine ganz tolle Nummer ist. Also es sind sehr viele Zauberer berühmt. Wir sind ja nicht bei Tribute von Panem. Nee, es gibt aber ganz viele berühmte Zauberer und die zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie das Trimarkische Turnier gewonnen haben. Also dieser nie endende Ruhm, das ist eine Lüge. Das ist eine Floskel. Ja, das sagt man so dazu, weil es sich schön anhört. Nie endende Ruhm. Aber eigentlich interessiert sich schon ein Jahr später nicht mehr jemand für dich. Aber im Grunde interessieren sich auch alle Bewerber nur für die Kaljonen, oder? Ja, das zahlt ja auch viel Geld, ne? Ja, deswegen. Mich würde der nie endende Ruhm jetzt auch nicht so locken, von daher wäre es mir auch egal, ob es zutrifft oder nicht. Aber ich finde ganz ehrlich, der Einsatz mit seinem Leben zu bezahlen ist auch ganz schön groß dafür, dass du nur 1000 Kaljonen abstauben kannst. Und dann musst du ja auch noch nicht nur die Aufgaben bestehen, sondern musst du es ja auch noch als Bester machen. Ja. Und also ich weiß es nicht. Meinst du, Gil, Ryle Lockhart hatte damals in seinen Schuljahren versucht, das Turnier wieder in Gang zu bringen, weil er den nie endenden Ruhm unbedingt haben wollte? Ja, könnte doch sein. Und das war einer dieser gescheiterten Versuche? Das wäre so geil. Also zumindest hat er vielleicht die so Geschichten erzählt, so ja und wenn das Trimagische Turnier hier jetzt stattfinden würde, ich würde auf jeden Fall mitmachen und gewinnen und ich habe da so toll, ich habe hier zaubert. Er hat bestimmt einen Brief ans Ministerium geschrieben, ob das nicht mal wieder stattfinden kann. Ja, genau. So ein Fanbrief. Liebes Ministerium, hier spricht Gildery Lockhart. Ich würde mich so freuen, wenn dieses Jahr wieder das Trimagische Turnier stattfinden könnte, denn ich bin ein toller Champion. Genau, er würde dann 13 Seiten darüber schreiben, warum er super qualifiziert ist. Und er würde auch direkt Vorschläge für die Aufgaben mitschicken. Ja, natürlich, klar, weil er muss sich ja auch vorher so ein bisschen darauf einstellen, weil sonst ist seine Masche funktioniert ja sonst nicht so gut. Er ist ja kein Top-Zauberer. Ach, Gildery. Ja, aber die Zeiten sind vorbei, denn das Turnier wird ja erst wieder 1994 aufgesetzt. Da frage ich mich eigentlich auch immer, warum. Ist ja nicht so, als wäre im Jahr vorher gerade ein Massenmörder ausgebrochen und gesucht. Es ist immer wieder willkürlich alles. Ach ja, genau, das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie diese auf die Idee gekommen sind. Es ist in der Zaubererwelt eigentlich gerade genug los. Tja, vielleicht aber nicht in Dumpstrunk und Borbaton, vielleicht haben die das angestoßen und haben gesagt, weil ich will jetzt hier nochmal was tun und es ist sehr langweilig. Was glaubst du, wie lange haben die Vorbereitungen gedauert? Ja, also ich glaube tatsächlich nicht so lang. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Zeitraum, in dem sie hätten planen und vorbereiten können, sehr lang war, sie aber sich nie richtig organisiert haben, die Abteilungen untereinander nicht richtig gesprochen haben, auch die Schulen an sich nicht richtig untereinander gesprochen haben und dann einfach nur so kleine Fetzen immer so eingeworfen worden sind und dann haben die sich mit diesem Minimum zufrieden gegeben. Es gibt ja verschiedene Instanzen, die involviert sind. Also ich frage mich halt, haben die Schulen angeregt, dass sie das nochmal versuchen wollen oder war es eine Idee der Politiker, also der verschiedenen Ministerien, der verschiedenen Schulen? War Hogwarts jetzt so von der Reihenfolge her als nächstes an der Reihe oder hat es das britische Ministerium entschieden und deswegen durfte es in Großbritannien stattfinden? Und ich glaube halt auch, ich meine, die Schulleiter und die Schulen haben ja mit der Planung der Aufgaben nichts zu tun. Die geben wahrscheinlich nur ihr okay, so von wegen, jo, machen wir. Aber die Planung liegt ja dann offenbar im Ministerium. Ja, genau. Und nicht in der Schule, weil die Schulleiter wissen ja nichts von den Aufgaben. Wobei ich mir auch denke, die Schule, bei der das stattfindet, hat doch immer einen Vorteil, weil das Ministerium kann ja nicht einfach sagen, ah ja, hier auf dem Grundstück lagern wir mal kurz Drachen oder hier euer Quidditch-Feld, das benutzen wir mal kurz als Labyrinth. Also da muss doch auch mal irgendwie mit dem Schulleiter kommuniziert werden vorher. Ja, also gerade in Dumbledores Fall könnte ich mir vorstellen, dass Dumbledore das eh schon alles wusste. So viel zum Thema Schummeln. Ich meine, Dumbledore ist der einzig Fähre hier, aber so, wenn wir das mal jetzt mal auf die früheren trimagischen Turniere beziehen, dann haben doch die gastgebenden Schulleiter immer einen krassen Vorteil gehabt. Ja, also ich glaube, sie haben schon einen Vorteil damit, dass das Ministerium, ich denke, dass das Ministerium beauftragt ist, das alles zu planen in dem Land, in dem das stattfindet. Also in unserem Fall ist jetzt Großbritannien, Großbritannien, also das britische Zaubereiministerium, kümmert sich um die Organisation dieses Turniers. Ja, also es ist ja Ludo Backman für magische Spiele und Sportarten, also die Abteilung, und Buddy Crouch Senior aus der Abteilung magische internationale Zusammenarbeit. Also das sind ja auch nur diese zwei Abteilungen, die da miteinander sich absprechen müssen. Aber ganz ehrlich, wir kennen ja auch Ludo Backman. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie verlässlich der ist und ich weiß auch nicht, wie organisiert er ist, also tendenziell eher gar nicht. Schlecht. Genau, deshalb glaube ich, dass, ich weiß nicht, wie die Kommunikation da gut stattgefunden hat. Deshalb, ich glaube, sie hatten einen relativ langen Zeitraum, in dem sie sich hätten organisieren können, aber es ist nicht zu so vielen Treffen gekommen. Und ich glaube, dass vielleicht Dumbledore sich absichtlich eingemischt hat, weil Dumbledore noch dachte, ich versuche hier ein bisschen was zu retten. Das kann sein. Ich glaube, er hat zum Beispiel dann nur gesagt, Hogwarts macht nur mit unter der Voraussetzung, dass eben so eine Altersgrenze entsteht. Zum Beispiel, genau. Dass Dumbledore halt so ein bisschen seine Hände mit im Spiel hatte, um dem Ganzen den Rahmen zu geben, damit es nicht ausartet. Weil ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Organisation allein auch bei Ludo Backman gelegen hätte, dass es noch viel schlimmer geworden wäre. Weil ich glaube nicht, dass der einschätzen kann, was Schüler einer Schule, einer magischen Schule, was die leisten können. Und wie der Horizont ist, der magische. Er kann eigentlich gar nichts einschätzen, sind wir mal ehrlich. Genau so. Und dann glaube ich auch, dass Barty Crouch Senior vielleicht auch andere Sachen im Kopf hatte, zwischendurch mal. Weil der hatte ja zusätzlich, hatten die beiden ja aber auch noch das Quidditch-Turnier, was die auch noch machen mussten. Also die Quidditch-Wärmen. Also es war ja auch relativ viel auf einmal dann. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das Trimagische Turnier da jetzt auch nicht die erste Rolle gespielt hat. Ja, das stimmt. Also wieso es entschieden wird, dass das Turnier nochmal stattfindet, ja, ist es uns schleierhaft. Vor allem bei dieser Umsetzung. Es sollte ja eigentlich keiner mehr verletzt werden, so wie bei dem Vorfall 1792. Aber es wurde ja eigentlich, meines Erachtens zumindest, nichts wirklich groß verbessert, außer eben diese Altersregel. Weil wenn ich mir die Aufgaben so angucke, frage ich mich, wie können die denn denken, dass sie da alles unter Kontrolle haben? Also eigentlich hat man ja gar nichts unter Kontrolle. Nö. Es gibt ja auch keine richtige Kontrolle. Zum Beispiel in der zweiten Aufgabe. Ja. Ja, da wird dann halt im Nachhinein so ein bisschen mit den Mehrmenschen gesprochen. Ja, aber sonst? Ja, aber was ist denn bei der ersten Aufgabe? Wo ist denn da die Kontrolle? Wenn die einmal frei sind, dann sind die frei. Ja, da gibt es ja die Drachentypen da. Aber wenn da erstmal ein Drache rumfliegt, also ... Aber ja, du hast einen Drachen super schwer, nur unter Kontrolle. Haben wir ja gesehen. Und auch im dritten Teil, in der dritten Aufgabe, wer kontrolliert da, was da in dem Maze-Labyrinth da passiert? Ja. Also im Prinzip ... Gar nicht. Also, naja. Haben die sich die Aufgaben überlegt und dann so, ja, und jetzt kannst du das mal machen? Und auch hier, glaube ich, wieder ist es so ein bisschen diese Angeberei. Also ich glaube zumindest, Crouch Senior hat sich so ein bisschen wichtig machen wollen und zeigen wollen, was das Ministerium alles organisieren kann für tolle Aufgaben und Kreaturen und sowas. Ja, und Ludo Bergman, der hatte einfach ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Ja, genau. Und die haben sich eh die Konsequenzen gar nicht so richtig ausgemalt. Also aus unterschiedlichen Gründen, aber haben sie halt einfach nicht so. Nee, das denke ich nämlich auch. Und dann habe ich mich auch gefragt, die halten das ja alles so mehr oder weniger geheim. Ja, also es bleibt alles intern im Ministerium. Total. Die dürfen ja eigentlich auch nicht mit ihren eigenen Kindern darüber sprechen, weil Arthur, Bill und Percy verraten ja nichts den anderen Weasley-Kindern, um das halt einfach geheim zu halten. Lucius, natürlich plaudert er das mit Draco aus, weil er alles ausplaudert. Aber ich frage mich, wieso das überhaupt geheim gehalten wird, weil das Ministerium arbeitet daran, die drei verschiedenen Schulen bereiten sich vor und sogar der Muggelminister bekommt Bescheid gesagt. Also warum nicht auch einfach die Schüler und vor allem die Eltern? Das weiß ich auch nicht. Man könnte das ja auch größer ankündigen, dann wie bei der Quidditch-WM halt so ein Event draus machen. Warum ist das so ein Geheimhaltungsding, was nur in Hogwarts stattfindet, wo alle sich dann spontan Urlaub nehmen müssen, damit sie da den Aufgaben beiwohnen, also zugucken können? Wäre das nicht sinnvoll, wenn man das einfach großspurig anspricht und dann könnten sich über die Sommerferien alle mal überlegen können? Man hätte doch einfach ein Schuljahr vorher sagen können, nächstes Jahr findet das statt. Und dann hast du genügend Zeit, dir Gedanken zu machen, bin ich bereit, mich darauf zu bewerben? Kann ich mich vielleicht auch mal informieren, wie so die letzten trimagischen Turniere verlaufen sind? Das weiß ja vielleicht auch nicht mehr jeder, weil es ist einfach schon saulang her gewesen, dass das letzte stattfand. Also es gäbe da verschiedene Möglichkeiten. Aber nein, das wäre wahrscheinlich auch für uns Leser dann zu langweilig, wenn wir zu früher vorbereitet geworden wären. Ja, aber hätte man ja auch zum Beispiel, hätte man sich ja auch im Unterricht auf sowas vorbereiten können. Das wäre ja dann auch etwas, was vielleicht Potenzial gehabt hätte in Unterrichtsfächern. Also gerade auch hier Geschichte von der Zauberei oder auch Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauberkunst. Da könnte man ja, das wäre dann doch auch was Spezielles. Das stimmt. Aber nee, das machen sie ja alles nicht. Ich finde es auf jeden Fall noch witzig, dass Cornelius Fatsch, der zu der Zeit Minister ist, gezwungen ist, dem Mogel-Premierminister Bescheid zu sagen, dass Drachen transportiert werden, weil die müssen ja aus Rumänien nach Großbritannien und nach Hogwarts gebracht werden. Und es wird auch eine Sphinx aus Ägypten importiert. Das finde ich lustig, weil als Mogel-Minister musst du doch denken, die sind doch alle nicht ganz dicht. Das kann der doch nicht glauben. Vor allem, warum muss das jetzt der Mogel-Minister wissen, was soll er denn tun? Selbst wenn das jetzt irgendwie aus unglücklichen Gründen rauskommt, was soll er denn machen? Der sagt dann nein. Und dann machen sie es trotzdem. Toll. Das ist ja prima. Vor allen Dingen, weißt du, die Swings und auch die Drachen sind ja überhaupt nicht das größte Problem, was so an magischen Wesen noch so rumläuft. Also weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber schön. Da haben sie vielleicht an sich gedacht, das ist eine Sicherheitsvorkehrung für die Muggel, das müssen wir auch noch machen. Aber eigentlich ist es keine Sicherheit. Nein, natürlich nicht. Weil wenn was schief geht und die Drachen fliegen nach London, das ist ein Problem. Es ist nur ein Bescheid sagen, mehr ist es nicht. Aber als Muggelminister würde ich wahrscheinlich sagen, die spinnen und ich glaube denen kein Wort. Ja. Am 30. Oktober 1994 treffen dann auch die anderen beiden Schulen in Hogwarts ein. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit landet dann ja diese riesige Kutsche, gezogen von den fliegenden Pferden, auf dem Grund und Boden von Hogwarts. Ja, und es dauert auch nicht lange. Dann kommen ja auch dann schon die Durmstrungs an. Die kommen mit diesem geisterhaften Segelschiff aus den Tiefen des Sees und das sind ja beide sehr spektakuläre. Ja, das ist auch wieder so eine Angeberei. Im Grunde ist dieses ganze Turnier eine Anreihung von Präsentieren und Sehen und Gesehenwerden. Mehr ist es nicht. Ja, vor allem, das ist, also gerade diese Kutsche ist natürlich super krass und auch dieses Segelschiff, was dann da so Captain Jack Sparrow mäßig da ist. Ja, genau. Wasser kommt, ist da natürlich auch sehr beeindruckend. Also weiß ich auch nicht, aber du hast schon recht. It's a lot. Es folgt natürlich ein Festessen, ist ja klar. Ja, und während dieses Festessens gibt Dumbledore dann bekannt, dass das Turnier in Hogwarts stattfinden wird. Also bis dahin gab es nur Gemunkel und man wusste, dass da was passiert und das war's im Busch. Aber jetzt hat Dumbledore es dann offiziell gemacht und in seiner Superrede warnt er die Schüler natürlich darüber, dass es gefährlich ist und macht natürlich auch direkt auf die Altersbegrenzung aufmerksam, falls Leute, ne, damit alle sich vorbereiten können. Gerade Fred und George zum Beispiel brauchen diese Erinnerung einfach. An Halloween ist ja dann die Ziehung. Wie du ja schon gesagt hast, werden die, haben die da ihren Namen in den Feuerkelch geworfen. Genau, und der Feuerkelch entscheidet dann, dass Victor Krumm für Durmstrang antritt, Fleur Delacour für Bourbotton, Cedric Diggory für Hogwarts und damit wäre es ja eigentlich dann alles ausgewählt. Die drei Champions für das Trimagische Turnier, drei Schulen, macht Sinn. Ja, und aufgrund der Alterslinie und der bereits ausgewählten Schüler sind natürlich alle höchst überrascht und auch verärgert, dass Harry dann letztlich vom Kelch auch noch ausgewählt wird. Und damit ist er der vierte Champion und der zweite für Hogwarts. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Wir hatten das ja jetzt schon vorhin schon ein bisschen angeschnitten, dass das alles irgendwie nicht ganz rechtens ist und nicht ganz fair und komisch. Aber anscheinend muss man sich letztlich dem Willen des Feuerkelchs beugen. Und wenn man seinen Namen da reingeworfen hat, dann ist man mit diesem magischen, bindenden Vertrag da mit dem Feuerkelch eingegangen und dann kann man das auch nicht mehr absagen. Pech für Harry. Ja, und für die anderen Schulen. Es geht ja dann auch nicht sofort los. Also es wird jetzt nicht, die werden jetzt nicht gezogen, die Champions, und dann geht es sofort los in die nächste Aufgabe, sondern da ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit zwischen. Und in dieser Zeit gibt es zum Beispiel auch die Eichung der Zauberstäbe. Die nimmt Ollivander vor. Ich denke, dass das dann immer der hiesige Zauberstabmacher macht, der eben aus dem entsprechenden Land kommt. In unserem Fall ist es Ollivander. Und der guckt sich quasi nochmal das Genaue an und überprüft die. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn Ollivander sagen würde, nee, also das ist jetzt hier kein konformer Zauberstab. Kriegt der Champion dann neun, muss der dann erst neun kaufen, wird dem einer gestellt, wird er dann ausgeschlossen, ist es dann Betrug. Also ich weiß jetzt nicht. Ja, vielleicht überprüft er die nur auf Manipulation, ob man die quasi irgendwie illegal mächtiger macht oder so. Das ist quasi eine Doping-Kontrolle. Ja, aber das wird ja nie wieder kontrolliert. Das wird jetzt am Anfang einmal gemacht und danach, also er legt ja auch keinen Zauber nochmal drauf, so ein Versiegelungszauber oder so, dass man sagt, okay, in diesem Zustand bleibt der Zauberstab das ganze Turnier. Sondern er guckt nur an, macht so einen kurzen Zauber, ob das toll ist, dann lobt er den einen oder anderen Zauberstab fertig. Ich glaube, er überprüft einfach nur den Zauberstab. Also ist er so, wie er sein soll oder wurde er irgendwie mal verändert? Ja, aber das muss er dann, wenn es nicht so ist, eine Konsequenz haben und die ist mir nicht ganz klar, was dann passieren soll. Ach, ich glaube, das ist so ein Traditionsding. Das ist einfach was, das wurde schon immer so gemacht und das macht man halt einfach. Ja, genau. Zu dem Schluss bin ich auch gekommen, das ist Tradition, das gehört dazu, so wie der Weihnachtsfall zum Beispiel und dann macht man das so fertig. Das ganze Turnier überstreckt sich ja über ungefähr ein halbes Jahr und die erste Aufgabe findet am 24. November statt, das heißt fast einen Monat nach der Ziehung quasi der Champions. Und die erste Aufgabe ist, das goldene Ei vom Drachen zu stehlen. Wir wissen, dass alle Champions im Vorfeld von den Drachen erfahren, weil Hagrid Madame Maxim zu den Drachen führt, Kakaroff die beiden verfolgt und Harry ja auch unter dem Tarnumhang dabei ist und er es dann ja aus Gerechtigkeit, Cedric auch sagt. Aber normalerweise ist es ja so angedacht, dass die Champions ahnungslos einem Drachen gegenüberstehen. Ah ja. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage zwischendurch. Warum sehen wir zu dem Zeitpunkt schon vier Drachen? Wie schnell haben die den vierten Drachen da noch dran geschafft oder ging das so einfach? Ja, ich glaube, dazu hat sogar Charlie was gesagt, dass das jetzt ja dann spontan noch einer mehr wurde. Aber haben sie natürlich alle parat. Ist ja null Probleme. Ja, weil ich meine, welcher Drache kam dann als letzter? Wahrscheinlich der Ohrenschwanz. Oder so wie ich das gelesen hatte, kam der vierte Drache, glaube ich, aus Wales. Da gibt es so ein Reservat für Drachen. Und dann kam der da mal rüber. Haben die nicht genug Drachen? Warum müssten die aus Rumänien kommen? Hätte man nicht direkt die walisischen nehmen können, wenn da welche in der Nähe sind? Von einem walisischen weiß ich nichts. Deswegen keine Ahnung. Also entweder das ist eine Fan-Theorie, dass der vierte Drache quasi aus diesem walisischen Reservat geholt worden ist, weil es da dran ist und es schnell ging. Es ist auf jeden Fall der walisische Grünling dabei, aber ich weiß nicht, ob das aus dem Reservat unbedingt sein muss. Nee, genau. Aber kann ja auch ein ungarischer Hornschwanz in einem Reservat in Wales leben. Ja, genau. Und die können ja auch alle in Rumänien leben. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir alles zu spekulativ. Naja, genau. Keine Ahnung. Also ich fand die Theorie ganz interessant, dass das vielleicht aus Wales kommt. Ja, also dadurch, dass es eigentlich so eine lange Vorbereitung war und jetzt alles spontan, alles auf vier Champions ausgelegt werden muss, ich meine, die mussten ja auch ein viertes goldenes Ei erstellen. Ja, stimmt. Also es muss ja alles auf vier angepasst werden. Aber offenbar scheint das kein Problem gewesen zu sein. Das haben die ja offenbar alles zu guter Zeit hinbekommen. Es ist ja auch ein magischer Vertrag, den man da mit dem Feuerkelch eingegangen ist, der jetzt keine Rolle mehr spielt. Da wird dann nochmal eine Nachtschicht eingeschoben. Ja, das ist so verrückt. Okay, jetzt, was war deine Frage nochmal? Dass sie ahnungslos einem Drachen gegenüberstehen müssen. Achso, ja, das ist doch fair. Das ist doch total sinnvoll für Schüler, Antonia. Und das ist super, das reduziert auf jeden Fall die Verletzungsgefahr. Todesrate, ja. Und die Todesrate sowieso, ja. Ja, das ist total krass. Also ich wäre einfach in Ohnmacht gefallen, bin ich ehrlich. Ja, total. Also wenn du es wirklich gar nicht weißt und stehst dann einem Drachen gegenüber? Nein, einfach abgelehnt. Vor allen Dingen, da musst du ja sofort dir überlegen, du kannst ja nicht in Ohnmacht fallen eigentlich, weil du musst dir ja überlegen, wie du das Ding besiegst. Ich wäre einfach wieder rückwärts rausgegangen, wieder in das Zelt zurück und hätte einfach das Hogwarts-Gelände verlassen. Ich hätte gesagt, ich habe noch einen ganz wichtigen Termin heute. Ja, ich habe jetzt einen Termin beim Ministerium. Da warte ich jetzt schon zweieinhalb Jahre drauf. Das kann ich jetzt nicht sausen lassen. Ich bin jetzt mal weg. Tschö. Ich muss zum Zahnarzt. Jeder Champion zieht ein Modell des Drachen, gegen den er antreten muss, aus so einem lila Säckchen von Ludo Backman. Und natürlich ist das auch ein magisches Modell. Die bewegen sich. Das finde ich allerdings ganz cool, dass wir das magische Detail, ganz ehrlich, das macht es einfach viel lebendiger. Genau. Und die tragen wie eine Nummer um den Hals, die Drachen. Mit der Nummer ist dann klar, in welcher Reihenfolge die Champions quasi antreten müssen. Und Cedric macht den Anfang und er kämpft gegen den schwedischen Kurzschnauzler. Er hat da die Idee, einen Felsbrocken in einen Hund zu verwandeln. Und der Drache ist dann lang genug abgelenkt von diesem Hund, dass er das Ei stehlen kann. Dabei wird er allerdings kurz ein bisschen angeflämmt. Das gilt, das ist dann natürlich Punkt. Das gilt ja mal. Ja klar. Aber er hält trotzdem 38 Punkte und wird dadurch auch der zweite Platz. Genau. Als nächstes ist dann Fleur dran. Sie hat den walisischen Grünling gezogen und wendet einen Schlafzauber an. Doch beim Schnarchen verbrennt der Drache Fleur, weswegen sie nur den dritten Platz belegt. Ihre genauen Punkte kennen wir nicht. Wahrscheinlich müssen sie dann so zwischen 36 und 39 liegen. Also eigentlich ja auch ganz gut, tatsächlich. Ja. Viktor Krumm wendet dann einen Bindehautentzündungsfluch auf dem chinesischen Feuerball an, den er gezogen hat. Allerdings findet der Drache das natürlich nicht so super. Er sieht jetzt auch nichts mehr und beschädigt dabei die anderen Eier, die er ebenfalls zu dem goldenen Ei dazugestellt bekommen hat. Und das darf natürlich auch nicht sein. Krumm kann zwar dieses goldene Ei ja dann für sich gewinnen, aber er verliert natürlich Punkte dadurch, dass die anderen Eier kaputt gegangen sind. Aber wie gerecht ist das denn? Krumm sorgt dafür, dass Dracheneier zerstört werden. Ja. Ja, und er bekommt 40 Punkte und Cedric wird ein bisschen an der Schulter verbrannt und hat 38 Punkte. Ich finde, es ist schlimmer, dass die Eier zerquetscht werden, ehrlich gesagt. Ja, das finde ich auch. Fleur wird ja auch verbrannt. Ja, Cedric wird verbrannt, Fleur wird verbrannt, aber Fleur bekommt deutlich weniger Punkte als Cedric. Ja, das macht alles keinen Sinn. Und ich finde es auch viel schlimmer, dass die Eier kaputt gegangen sind als so eine Verbrennung. Weil da eine Verbrennung bei einem Drachen ist ja irgendwie, das kann ja mal passieren, dass die Eier da kaputt gehen, das ist ja viel schlimmer. Deshalb immer wieder nicht fair. Und dazu muss man auch noch sagen, Harry ist unverletzt und bekommt genauso viele Punkte wie Krumm. Und er zerstört auch keine Eier. Nee, und das ist auch einfach so, ja gut, das ist halt einfach nur Igor Kakarov, der halt manipulativ da die Punkte verteilt. So viel zu Juroren und Richtern. Ja, also hä? Du hast ja schon gesagt, dass das traditional mit Schummeln und mit gezinkten Kartenspielen ganz normal ist und dass das vielleicht auch gewünscht ist. Ich finde die Idee, dass die Schulleiter die Punkte geben, ziemlich blöd. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde auch, dass da hätten wirklich unparteiische Juroren sitzen müssen und vielleicht auch Leute, die ein bisschen Ahnung von Zauberei haben. Zum Beispiel so ein Flitwick, der kann Zauberkunst. Ja, oder eine McGonagall, die ist gut in Verwandlung. Ich meine, gut, jetzt ist Stumble da so ein Allrounder, der kann irgendwie alles gut. Aber auch so ein Ludo Belkninein oder so, der kann doch doch nicht, der kann das doch nicht richtig einschätzen, was da für magische Fähigkeiten angewandt worden sind und mit wie viel Gewitztheit und Schleue das gemacht wird und Intelligenz. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie alles ein bisschen quatschig. Aber als Letztes kommt ja eben noch Harry dran. Er hat den ungarischen Hornschwanz gezogen und fliegt mit seinem Feuerblitz, um das Ei zu holen. Und er erhält genauso viele Punkte wie krumm. Und deswegen teilen sie sich die Führung. Genau. Fragwürdig finde ich ja irgendwie immer noch, dass das brütende Drachenweibchen sind. Offenbar gehen ja dann auch Eier kaputt. Da kann man ja immer nur hoffen, dass es nicht die echten Eier der Drachen sind, sondern so Fake-Eier, weil das wäre ja absolut furchtbar. Und ich finde es sowieso an erster Stelle absolute Tierquälerei, was hier passiert. Das ist ja eine Katastrophe. Aber es könnten ja auch nicht nur die Champions verletzt werden, sondern ja auch die Zuschauer, mit dem Feuer zum Beispiel. Dann könnten sich die Drachen ja aber auch selber verletzen. Die werden angegriffen. Also ich meine, wie sehr leidet denn der chinesische Feuerball unter diesem Fluch von Krumm, dass er die Augen da verletzt? Ja, ich meine, ist das so leicht zu heilen? We never know. Und dann finde ich ganz kurios diese Szene im Film, als sich der Drache von Harry so losreißt und wegfliegt. Und dann denke ich mir so, das hätte eigentlich schon ein Moment sein müssen, wo man das Turnier hätte abbrechen müssen nach dieser ganzen Vorgeschichte, weil no, das darf nicht passieren. Und im Film ist es ja sowieso noch ein bisschen schlimmer, weil der Drache ja vermutlich stirbt oder auch nicht stirbt. Und das wird auch einfach nur so hingenommen. Und Harry wird beklatscht wie so ein der Held des Jahres oder des Jahrhunderts. Und hat da mal einer gefragt, wie es dem Drachen geht. Und ob man, und Drachen sind ja sowieso, ich könnte mir vorstellen, unter einer Art Naturschutz, da gibt es ja auch nicht so viele von, die leben in Reservaten. Die sind vermutlich auch gefährdet. Man darf die auch nicht einfach züchten. Das ist ja, da gibt es ja Auflagen. Da finde ich es irgendwie auch tatsächlich ein bisschen fragwürdig, einfach zu sagen, ja okay, wir greifen die an, wir quälen die, wir sperren die ein, wir ketten die an. Und im Film haben sie es dann noch auf die Spitze getrieben, indem sie sagen, okay, der stürzt jetzt hier so ab und vermutlich ist er tot. Ja, ist ja kein Problem. Also ein Tierleben. Und ich meine, das sind, wie gesagt, das sind brütende Weibchen. Ja, die kümmern sich doch um ihre Eier. Und selbst wenn die nur weggenommen werden, rasten die doch komplett aus. Also das ist doch nicht fair. Also ich kann verstehen, dass sie brütende Weibchen nehmen, weil die angriffslustiger sind und wahrscheinlich gefährlicher, als wenn du da einfach nur einen normalen Drachen hinsetzt, der sich denkt so, ja okay, cool, Zauberer. Ja, weil er ja auch die Eier verteidigt, beziehungsweise sie. Genau. Und das Ei ist ja essentiell wichtig für die Aufgabe, aber trotzdem. Nee, also es ist auf jeden Fall, ich finde es, also es ist nicht cool. Nee, wirklich nicht. Genau, aber das goldene Ei brauchen die Champions natürlich. Das Ei gibt den Hinweis auf die Aufgabe der zweiten Prüfung. Wenn man das goldene Ei allerdings öffnet, gibt es nur dieses ohrenbetäubende Kreischen und es bringt einen eigentlich nicht weiter. Oder die Lösung des Rätsels ist es ja dann, das Ei unter Wasser zu halten und dieser Melodie zu lauschen. Ich finde, die Champions haben relativ viel Zeit, um das Rätsel zu lösen. Also Harry hat tausend andere Sachen im Kopf, deshalb kümmert er sich nicht so richtig darum. Und ich finde es auch wichtig, dass die Champions viel Zeit haben, weil du musst dir ja eine Strategie überlegen. Du kannst in der zweiten Aufgabe ja eigentlich nicht antreten, ohne eine Strategie zu haben. Also außer du bist ein super Mega-Magier. Ja, das ist nämlich der Unterschied zur ersten Aufgabe, wo du einfach so reingesteckt wirst, ohne irgendwas zu wissen. In der zweiten Aufgabe musst du dir ja vorher schon eben eine Lösung überlegen. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Einfallsreichtum, der ja auch gefordert werden soll. Ja, genau. Das macht ja auch Sinn. In der ersten Aufgabe war es hauptsächlich Mut quasi. Genau. Und jetzt ist es so ein bisschen dieser Einfallsreichtum und dann ja aber auch deine magischen Fähigkeiten dann in der Umsetzung. Genau. Und es macht ja wahrscheinlich auch Sinn, für die zweite Aufgabe tatsächlich auch ein bisschen zu üben. Also nur zu sagen, ja, ich weiß ungefähr, was ich tun soll. Okay. Besser ist natürlich, je früher du des Rätsels Lösungen hast, dass du das vielleicht auch schon mal üben kannst. Das verschafft dir natürlich einen riesen Vorteil. Das stimmt. Der Trick ist eben, dass man das Ei ja unter Wasser halten muss, um die Meermenschen zu verstehen, die nämlich in ihrem Lied sagen, dass sie etwas wegnehmen, was man sehnlichst vermisst und das eben der Champion wiederholen muss oder retten muss. Und da wird ja auch, glaube ich, gesagt, eine Stunde hast du Zeit oder so. Also du weißt, dass du relativ lange unter Wasser bleiben musst. Dementsprechend, wie ich ja schon gesagt hatte, ist es sinnvoll, das früh wie möglich zu wissen, dass du dich eben darauf vorbereiten kannst. Denn wer kann denn schon eine Stunde die Luft anhalten? Ich nicht. Traditionell gehört zum Turnier natürlich auch der obligatorische Weihnachtsball. Der findet am ersten Feiertag abends statt. Und zu dem Ball gehört natürlich auch ein Festessen und ein formeller Tanz, den die Champions mit einem Tanzpartner eröffnen sollen. Alle Schüler, die alt genug sind, dürfen auch an diesem Ball teilnehmen und Jüngere eben nur, wenn sie von älteren Schülern gefragt werden als Begleitung. Es gibt natürlich auch ein Dresscode. Man sollte sich auf jeden Fall festlich kleiden und in Abendgarderobe kommen. Das finde ich ist aber irgendwie ganz schön und auch weihnachtlich. Außerdem soll das Fest ja irgendwie den Zusammenhalt der Schulen nochmal stärken und auch wundervolle Erinnerungen schaffen in einem festlichen, magischen Ambiente. Das habe ich mir selber überlegt. Das kann man nicht nirgendwo nachlesen, aber ich finde das sehr passend. Ja, wenn es wenigstens so wäre. Nicht für alle Schüler zumindest. Nee, es hat nicht jeder dieses festliche, magische Ambiente, kann das auch genießen. Also Harry zum Beispiel jetzt nicht und auch Ron nicht. Aber es sind bestimmt Schüler, die das richtig magisch finden und richtig toll und dann für immer davon schwärmen. Ja, auf jeden Fall. Der Ball 1994 bekommt ja musikalische Unterstützung der Schicksalsschwestern. Das ist eine sehr beliebte Band in der Zaubererwelt. Und das finde ich schon ganz cool. Die heizen da ordentlich die Stimmung ein. Und ich finde auch die musikalische Darbietung im Film ganz cool tatsächlich. Can you dance like a hippografe? Mamma, 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 mamma. Ja, genau. Ich finde, das sieht richtig cool. Ah, da fällt mir wieder so eine Anekdote ein. Ich weiß noch, damals, als der vierte Film gedreht wurde, kam so das Gerücht auf, dass Franz Ferdinand angefragt wurde für den vierten Film. Und ich war so, hä, was? Der Soundtrack der Filme ist doch mega geil. Franz Ferdinand ist einer meiner Lieblingsbands. Aber ich dachte mir so, hä, das passt musikalisch da überhaupt nicht hin. Und die hatten dann auch abgelehnt. Und ich dachte mir nur so, ja hä, hätte ich an deren Stelle auch gemacht? Was für ein Quatsch. Und dann ist mir erst später aufgefallen, oh, die wurden angefragt für diese Band im Ball, als ich den Film dann gesehen habe. Das ist halt irgendeine andere unbekannte britische Band, die da, die Schauspieler sind. Aber es sollte eigentlich Franz Ferdinand sein. Ach, die sollten nur Schauspieler. Ja, die sollten die Band sein. Die sollten ein Lied schreiben wahrscheinlich oder ein Lied vorführen. Haben sie aber nicht gemacht. Aber es hätte Franz Ferdinand sein können. Ja, weiß ich nicht, wollten sie nicht. Die haben doch bestimmt viel Geld gekriegt dafür. Hä? Und das ist auch eigentlich voll dumm, weil Harry Potter war ja zum vierten Film ja schon mega berühmt. Und es war wahrscheinlich abzusehen, dass über mehrere Jahrzehnte das ein Ding ist. Dann hätte, also Franz Ferdinand ist ja jetzt ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Vielleicht hätten die... Ja, die sind halt alt so. Was heißt alt? ACDC ist auch alt. Ja gut, aber nicht jeder muss mit 80 noch Musik machen. Ich finde das okay, dass die jetzt nicht mehr so top aktuell Musik betreiben. Weil ich hätte es trotzdem gemacht. Und ich meine, die sind halt eine Indie-Band. Du bist wahrscheinlich nicht mehr Indie, wenn du in so einem Film riesigen Merchandise mitgemacht hast. Ich finde es okay, dass die gesagt haben, so no, wir fühlen das nicht. Ich war auch, ich fand es schade, weil ich die mega cool finde. Aber es passt wahrscheinlich einfach nicht in deren Vibe. Und das finde ich okay. Nur jetzt, um aus Ruhm, aus nie endendem Ruhm das zu machen, weiß ich nicht. Ich kenne da ein paar, die würden das schon machen. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich finde die Band mega cool. Am coolsten finde ich den Dudelsack. Und hat nicht die Gitarre, so drei Griffe, die E-Gitarre oder der Bass. Ich finde das mega cool. Ich finde das so cool. Ich finde das Lied auch richtig cool. I love it. Der Stage Dive doch dann da auch noch. Nee, der Flitwick Stage Dive doch. Ach ja, genau. Weiß nicht, ob das freiwillig ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, finde ich auch. Ich mag den Weihnachtsball, wie er im Film dargestellt ist. Ich mag, wie das da aussieht und auch die Musik. Ich finde die, also die Band finde ich auch richtig cool. Aber ich dachte tatsächlich immer, dass die Schicksalsschwestern Frauen sind. Ja. In der Band ist, glaube ich, keine Frau drin. Nee, genau. Bei Franz Ferdinand ist auch keine Frau. Also sie hat nicht mal überlegt, Frauen einzustellen. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Drehbuchautoren. Ja. Naja. It is what it is. Man sollte ja, wie gesagt, einen Partner suchen. Aber bei manchen funktioniert das offenbar nicht so gut. Und es ist offenbar dann auch erlaubt, alleine zu gehen. Zum Beispiel machen das Crabbe und Goyle. Oder sie gehen miteinander. Das finde ich irgendwie auch lustig. Harry geht ja mit Pavati Patil, Cedric geht mit Cho Chang, Fleur geht mit Roger Davis, das ist ein Ravenclaw-Schüler und Victor geht natürlich mit Hermione. Natürlich. Also ein bisschen hat diese internationale magische Zusammenarbeit dann doch geklappt, weil zwei der Champions mit Schülern anderer Schulen gehen. Das ist nur die Hälfte. Und es ist natürlich auch schwierig, weil im Film wird es ja so dargestellt, als wäre Bobaton eine reine Mädchenschule und Durmstrang eine reine Jungenschule. Das stimmt ja nicht, weil sonst hätten die ja gar keine andere Wahl. Die hätten ja sowieso sich an andere Schulen wenden müssen. So ist es aber nicht. Im Buch kommen die mit gemischten Schülerschaften. Ja. Die zweite Aufgabe beginnt am 24. Februar 1995. Also wenn sie jetzt schon quasi ein Jahr weiter nach Silvester. Ja, sie beginnt sogar relativ früh, schon um 9.30 Uhr. Ist auch richtig toll, weil dann ist der See bestimmt auch nochmal extra kalt. Ich habe mich eh gefragt, warum ist denn diese Aufgabe um diese Jahreszeit überhaupt? Geht es noch kälter? Ich weiß nicht, aber das liegt wieder daran, dass sie das nicht so richtig durchdacht haben bestimmt. Ja. Also und das ist denen doch auch egal, ob die Champions da frieren oder nicht. Also ich weiß auch nicht. Naja, aber wie wir ja schon gesagt hatten, sie haben eine Stunde Zeit und die Champions müssen einen Mensch, der ihnen am Herzen liegt, aus der Siedlung der Meermenschen in dem See retten. Und für Harry ist das quasi Ron Weasley. Victor Krumm muss Hermine retten, Cedric natürlich Cho Chang und Fleur muss ihre kleine Schwester Gabrielle retten. Harry steht ja beim Rätsel ganz schön lang auf dem Schlauch und bekommt erst von Cedric den rettenden Hinweis, dass man es unter Wasser sich anhören muss. Und der wiederum hat den Tipp ja von Moody, beziehungsweise Crouch. Und Moody sorgt ja dann auch dafür, dass Harry an Diantuskraut kommt, nämlich über Dobby. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Fleur und Krumm Hilfe haben. Wir wissen nämlich zum Beispiel, dass Krumm einige Male vorher im Schwarzen See taucht, wahrscheinlich um zu üben. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Das macht total Sinn. Du musst es ja vorher mal ausprobiert haben. Genau. Krumm benutzt diesen Zauber, wo er halb zum High wird. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du das probierst, weil das ist ja auch ein sehr komplizierter, körperverändernder Zauber. Und ich glaube, das musst du können und zwar einwandfrei, weil da kann doch was schief gehen bestimmt, dass du dann dich nicht mehr richtig zurück verwandeln kannst oder dass du dann quasi Kiemen weiter behältst und dann immer unter Wasser leben musst und wie bei Spongebob da so ein Aquarium auf dem Kopf hast oder so. Also ich glaube, das ist sehr sinnvoll, dass er das schon so früh weiß und sich da auch richtig drauf vorbereitet. Er ist ja auch der Einzige, der diesen Zauber benutzt, denn Cedric und Fleur benutzen diesen Kopfblasenzauber. Ich glaube, den hätte ich auch am angenehmsten gefunden, weil da veränderst du deinen Körper ja nicht, sondern du hast halt nur diese Blase vor dir, mit der du unter Wasser atmen kannst. Wobei ich hatte immer ein bisschen Angst, dass die plötzlich kaputt geht und sich auflöst und dann... Ja, dann macht es ja auch Sinn, genau, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast total recht, dann macht es ja total Sinn, das auch zu üben. Wie lange hält die, wie lange kannst du damit atmen, wie groß muss die sein, wie stark ist deine Magie, ne, weil wenn, könnte ich mir vorstellen, wenn du das, wenn du da nicht so ein großes Talent für hast, dann musst du das öfter üben und wenn du aber vielleicht ein bisschen talentiert bist in sowas, dann hält die halt auch richtig gut und ist groß und ist wirklich fresh. Haben die doch bestimmt auch geübt. Ja, müssen sie ja, ne? In der Badewanne zur Not. Der da so rein stolpert mit seinem Dianthus-Kraut vorher. Ich denke auch. Wo ja auch nicht richtig klar ist, ob das so funktioniert, ne? Ja, das stimmt. Ist ja auch eine Pflanze. Kann ja auch sein, dass Harry allergisch wäre und dann kriegt er nur einen allergischen Schock. Ja, es ist schwierig. Cedric kommt ja als erstes wieder hoch und erhält 47 Punkte. Er ist nämlich irgendwie nur so ein, zwei Minuten über diese Stunde hinweg gekommen und ist fast pünktlich wieder da. Damit wird er erster. Harry war zuerst zwar unten bei den Geiseln, aber er besteht ja darauf, auch Gabriel zu retten, weswegen er aus heldenhaften Gründen dann doch noch 45 Punkte erhält, obwohl er sehr viel zu spät kommt. Und er teilt sich dann den Sieg mit Cedric. Krumm wird zweiter und er erhält 40 Punkte und Fleur muss aufgeben, weil sie von Grindelowes angegriffen wird. Und sie erhält nur 25 Punkte und bleibt auf dem letzten Platz. Ich habe mich wieder Dinge gefragt. Dann frag mal. Ich habe mich gefragt, wieso es überhaupt Menschen sein müssen, die gerettet werden aus dem See. Warum es nicht Gegenstände sein könnten, zum Beispiel so ein Feuerblitz oder so. Weil damit bringt man ja dann auch noch vier weitere Zauberer und Hexen in Gefahr, das ja auch nicht unbedingt sein muss. Ich meine, nichts gegen Dumbledore. Ich vertraue seinen Zauberkräften, aber die werden ja auch nicht gefragt. Es wird ja nicht gesagt, hier habt ihr Lust, sondern die werden dann ins Büro bestellt. Und ja, jetzt übrigens, das kommt auf euch zu. Das ist ja auch nicht so nett. Ja, oder das wird auch überhaupt gar nicht so richtig erklärt, sondern die werden einfach nur da konserviert. Weil die müssen ja unter Wasser auch aufhören irgendwie zu atmen oder weiß ich nicht, wie die Sauerstoffversorgung da funktioniert. Also irgendwie gar nicht wahrscheinlich. Und die werden da geschockt oder betäubt oder kurzzeitig sterben die. Oh Gott, jetzt wird es lieb. Also ich weiß, aber irgendwie werden die ja da drückgestellt. Das ist glaube ich so ein Schlaf, wo man halt eben nicht, so ein komatöser Schlaf. Aber sie sind ja trotzdem mit Wasser. You don't need to breathe. Ja, ja, ich weiß. Es ist Zauberei. Für Menschen ist das ja schon unabdingbar zu atmen. Ja, das ist aber jetzt auch egal, weil der Zauberer schadet ihnen ja nicht. Das meine ich ja auch gar nicht. Und wie gesagt, ich vertraue auch Dumbledore, dass der lang genug hält und was weiß ich. Aber trotzdem ist es halt unangenehm. Und die können ja auch gar nicht bei der Aufgabe zugucken. Ich meine nicht, dass irgendjemand überhaupt zugucken könnte, weil das ist alles unter Wasser. Aber die kriegen ja wirklich gar nichts davon mit. Ja. Ich habe noch mir gedacht, das wäre ja irgendwie ganz cool, wenn man so das Geschehene, also quasi das, was unter Wasser passiert, auf dem See spiegeln könnte. Also dass man quasi in den See reingucken kann. Das wäre aber ein bisschen zu abgefahren für Hogwarts. Ich glaube wirklich, dass da einfach nur jemand steht, ein bisschen was beschreibt und dass ab und zu mal mehr Menschen nach oben kommt. Und dann wird da mal was übersetzt, was gerade so abgeht. Aber das ist auch nicht für die breite Masse, sondern nur für die Juroren, denke ich, diese Information. Warum haben die sich denn da versammelt? Es ist ja so, dass entlang des Seestribunen aufgebaut worden sind. Also es ist schon so, dass damit gerechnet wird, dass da Leute zum Zuschauen kommen. Und das ist ja auch so. Aber sehen können die ja nicht. Dann habe ich mich gefragt, vielleicht, die starren ja nicht nur eine Stunde da aufs Wasser und hoffen, dass da nach 60 Minuten jemand auftaucht. Ja, die haben so Entertainment. Ja, genau. Vielleicht gibt es da Entertainment. Ich glaube nicht, dass... So long there. Ja, genau, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die mehr Menschen Bock haben, da so einem ganzen Tribüne zu erklären, was da unten gerade passiert. Nee, das erzählen sie Dumbledore und Dumbledore erzählt das allen, weil er spricht Meerisch. Geht ja gar nicht, weil die sprechen ja gar nicht Englisch. Die können ja gar nichts mitschalten. Nee, genau. Und ich glaube auch, dass Dumbledore da nicht seine Stimme laut macht und das dann allen erzählt, sondern das bleibt dann unter den Juroren. Spannend auf jeden Fall. Total. Aber was ja irgendwie Sinn ergeben würde, was ich auch cool gefunden hätte und was magisch bestimmt möglich ist, dass du wieder so Omnigläser hast quasi, mit denen du unter Wasser gucken kannst. Also wenn du mit Omnigläsern zurück und vor und schnell und langsam spulen kannst, dann kannst du ja wohl auch mal unter Wasser, also so verzaubern, dass du unter Wasser gucken kannst. Ich glaube tatsächlich aus der Reaktion der Zuschauer sehen die nichts und kriegen nichts mit, weil dieses ganze Dilemma mit Harry wollte aber die noch retten und deswegen kam er zu spät, aber er war erster und er hat allen geholfen und so. Das kriegen die ja nicht mit, das ist ja für die alles neu. Eindeutig. Also ich finde es halt insofern auch ein bisschen schwierig, als dass diese Aufgabe ja auch wieder so null überwacht ist. Ja klar, die Meermenschen haben da ein Auge drauf, aber es gibt ja trotzdem Gefahren in diesem See und es ist ja auch nicht das natürliche Element von Hexen und Zauberern, sich im Wasser aufzuhalten und schon gar nicht so lange. Und da finde ich es irgendwie auch schon wieder sehr fahrlässig und auch irgendwie merkwürdig, dass sie sich dachten, wir müssen jetzt hier noch ein neues Element einbauen. Und da hätte ich zum Beispiel irgendwas, was in der Luft stattfindet, sinnvoller gefunden, weil Besen für Zauberer und Hexen viel natürlicher ist, als sich unter Wasser aufzuhalten. Ich verstehe schon, dass das eine Herausforderung sein soll und dass es auch gefährlich sein soll, aber ich denke, das hätte man auch anders lösen können, als da unter Wasser vier zusätzliche Menschen in Gefahr zu bringen. Ich finde, es hätte schon gereicht, Gegenstände zu holen. Warum muss man das so mit so einem Wert belegen? Jeder weiß, es geht um ein Spiel, nur Harry nicht, okay, der hat es nicht gecheckt. Aber im Grunde ist ja klar, dass sie nicht in Gefahr sind, sondern dass es nur um diesen Wettkampf geht und dann ist es doch egal, ob du einen Ring holst oder einen Feuerblitz oder halt einen Menschen. Ja, genau. Fies gesagt. Fies gesagt. So ein physikalisches Wunder wieder. Ja, genau. Im Film bewegen sich dann ja auch noch die Hecken, dass es quasi ohne Magie unmöglich ist, sich dort überhaupt zu bewegen, weil die sich ja immer Orientierung holen mit ihrem Zauberstab. Und die Hecke ist ja quasi auch so ein bisschen der Gegner der Champions. Allerdings wurden für Harry ja auch schon einige Gegner von Crouch Jr. aus dem Weg geräumt. Die Lehrer patrouillieren ja so ein bisschen außerhalb, außen rum. Aber außer Moody kann ja keiner reingucken. Also es ist auch so ein bisschen Quatsch. Deswegen hatte es Harry natürlich auch relativ leicht. Crouch greift ja auch noch Fleur an, um sie aus dem Turnier zu holen und belegt Victor mit dem Imperius, damit er eben Cedric angreift, damit Harry freie Bahn hat. Aber das geht ja nicht ganz auf. Aber es ist krass, habe ich mir nämlich gedacht, wie dadurch, dass da so wenig Kontrolle stattfindet in dem Labyrinth, dass ein Lehrer oder Crouch ist ja eigentlich kein Lehrer, sondern eine Person, ein Zauberer, das ganze Turnier so krass manipulieren kann. Und es eigentlich niemandem auffällt, dass hier eigentlich ja schon Crouch Jr. in dem Moment der größte Gegner von allen ist. Also was ein Irrwicht, keine Ahnung. Ich habe hier Crouch Jr., der patrouilliert hier. Und ich finde das so ein bisschen schwierig, dass das offenbar, dass auch keiner auf die Idee kommt, dass da jemand einen Plan haben könnte oder so. Also das ist doch schon sehr naiv. Und Crouch Jr. kann das ja auch einfach machen. Also es ist ein Problem. Es ist alles sehr leicht irgendwie, ja. Aber was ich ja immerhin schon mal vorteilhaft finde, ich meine, das ist ja auch nicht ganz normal bei den Aufgaben im Trimagischen Turnier. Die Champions haben ja schon drei Monate im Voraus Bescheid bekommen, dass es sich um ein Labyrinth handelt und sie in die Mitte des Labyrinths kommen müssen, um da den Trimagischen Pokal zu berühren. Sie haben quasi so ein bisschen die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Also hier geht es wirklich nicht um diese Spontanität oder den Einfallsreichtum, sondern einfach wirklich nur um Magie, um Flüche, um Verteidigung und sowas. Und vielleicht auch ein bisschen das Wissen über magische Tierwesen. Da ist Hogwarts voll im Nachteil, weil sie am Unterricht bei Hagrid. Ja, genau. Aber so ein bisschen auch eine ganze Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste auf einmal. Ja, genau. Wobei, vielleicht sind sie doch im Vorteil, weil die knallrümpfigen Kröter, die dürfte ja niemand außer den Hogwarts-Schülern kennen. Das ist ja fast so, als würde man einem Drachen begegnen. Das ist ja Hagrids Eigenkreation, ja. Krass. Letztlich sind ja dann eigentlich auch nur noch Harry und Cedric gemeinsam im Rennen quasi. Und sie treffen auch gemeinsam bei dem Pokal ein. Genau. Letztlich besiegen sie ja dann noch einmal so eine riesige Spinne und einigen sich dann darauf, dass beide als Sieger quasi zusammen den Pokal ergreifen und damit dann gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ist das vorher in den Regeln festgesetzt worden, dass einfach zwei Champions den Pokal einfach anfassen können? Es wurde ja gesagt, der erste, der ihn berührt, gewinnt. So, wenn man es zu zweit macht. Ja, ist halt so Grauzone, aber dann gewinnen halt beide. Aber könnte man sich dann auch zu dritt im Team organisieren, alle drei Schulen und man fasst den dann zu dritt an und dann sind alle drei Champions und müssen das Preisgeld dann geteilt werden? Oder kriegt jeder? Tendenziell ja, aber so weit reicht die internationale Beziehung nicht, weil die sich so sehr hassen, die Schulen, dass das außerhalb einer Schule nicht passieren wird. Aber die beiden sind ja von der gleichen Schule und können quasi einen Schulsieg einheimsen. Deswegen ist das okay. Sie werden dann ja nicht vor das Labyrinth geportet, so wie es ja eigentlich vorgesehen war, sondern landen dann mit dem Portschlüssel auf dem Friedhof von Little Hangleton. Und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was hätte passieren können und auch da wieder, wo, wer hat denn diesen, hätte das nicht nochmal überprüft werden müssen, zwei Minuten vor Abfahrt, sage ich jetzt mal so, hätte das nicht kontrolliert werden müssen. Du kannst doch nicht einfach, das ist doch, du kannst doch nicht einfach einen Pokal hinstellen und dann sagen, ja, das war, irgendwer hat den mal als Portschlüssel hier im Ministerium freigegeben, das klappt so, das machen wir so und dann wird das nie wieder kontrolliert. Ja, die denken ja, sie können Moody vertrauen, das ist ja das Problem. Dumbledore schickt ja quasi schon seinen engsten Vertrauten dahin, um den Pokal zu platzieren. Aber das ist halt, das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte. Ja, aber ein Moody ist doch auch nicht unparteiisch. Also wenn es jetzt der echte Moody wäre, wäre der ja auch nicht unparteiisch. Ich finde nicht, dass Moody eine gute Wahl für einen Unparteiischen gegeben hätte, weil der ja so eng mit Dumbledore ist. Vielleicht, weil Crouch nicht mehr da war und Percy das eine zu große Verantwortung gewesen wäre. Ja, deswegen mussten sie spontan umentscheiden. Also ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig, weil... Es ist vieles schwierig in diesem Turnier. Auch hier ist es nämlich wieder äußerst langweilig für die Zuschauer, weil man tendenziell über die Hecken nicht so wirklich sehen kann. Es sei denn, sie sitzen oben in diesen Quidditch-Tribünen, aber auch da ist es schwierig, so ganz unten irgendwelche Schüler zu erahnen. Und irgendwie ist es im Film zumindest ja auch sehr dunkel und sehr neblig. Also eigentlich kannst du da nichts sehen. Ich glaube, du siehst auch nichts. Das wäre irgendwie auch strange, wenn du so als Champion plötzlich so jemanden jubeln hörst oder so. Also was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass so Riesenspinnen auch über das Labyrinth klettern und dass du dann das sehen kannst. Aber ich habe schon wieder Gänsehaut, weil wir über Spinnen reden. Weil alle anderen Kreaturen zeigen sich doch auch nicht einfach so. Ja. Also der schwebt da ja nicht drüber und guckt mal, wen er so trifft, sondern der hat eine Aufgabe, denkt der irrsicht sich so, jetzt muss ich hier aber ganz dringend bleiben. Nee, der Cheater. Ja, wahrscheinlich. Die setzen sich ja gerne irgendwo häuslich nieder. Häuslich? Wohnt der da jetzt? Ja. Der ist umgesiedelt werden, wenn das Labyrinth wieder abgebaut wird. Ja, dann sucht er sich wieder irgendeine Schublade im Lehrerzimmer. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also ich glaube, es ist wieder super langweilig. Und ich finde für ein Finale eines Triemagischen Turniers finde ich es doch sehr langweilig und super und spektakulär. Außer halt, dass am Ende jemand stirbt. Nee, aber das ist ja nicht vorgesehen, ne? Nee, genau. Aber ich würde sagen, das zeigt schon, dass das ganze Turnier gescheitert ist. Ja, vermutlich ist es so. Es ist ziemlich sicher so. Cedric wird ja dann von Wurmschwanz getötet auf dem Friedhof. Harry kann dann ja letztlich vom Friedhof fliehen und auch Cedrics Leiche noch mitnehmen. Aber so endet das Turnier natürlich auf eine sehr tragische Weise. Man entschließt sich dann, das Turnier nicht ein weiteres Mal auszutragen. Was ja eine kluge Entscheidung ist theoretisch. Aber da wir ja schon von 1792 wissen, wäre es ja auch schon ein guter Zeitpunkt gewesen, da das Triemagische Turnier abzusagen für immer und ewig. Das stimmt. Ich habe natürlich, um meinem Namen Cretonia gerecht zu werden, noch ein paar Kritikpunkte mir aufgeschrieben. Wir haben ja jetzt schon hin und wieder mal was gesagt, aber ich habe jetzt noch mehr dazu überlegt. Als erstes natürlich ein Punkt, den wir schon mal so ein bisschen angekratzt haben. Das Turnier soll helfen, internationale Verbindungen zu knüpfen, aber das tut es einfach nicht. Die Schüler haben ja nicht mal gemeinsam Unterricht. Sie sehen sich, wenn dann nur zufällig und kommen irgendwie kaum in Kontakt, weil wie denn? Und die Schulleiter verdächtigen sich ja auch die ganze Zeit nur gegenseitig zu schummeln oder halt irgendwie schuld an irgendwelchen Angriffen zu sein. Und allgemein herrscht eine sehr konkurrenzkräftige Stimmung, die eher Hass schürt als irgendeine Art von Zuneigung. Ja, stimmt mich zu, ist ein Kritikpunkt. Werden die Zauberer nicht so sehen und auch nicht annehmen, aber es ist auf jeden Fall wahr. Also ich kann schon verstehen, dass du nicht den Lehrplan, den vielleicht Durmstrang oder auch Boba Thor haben, dass sie das jetzt nicht einfach so in Hogwarts durchziehen können. Zumal wir ja wissen, dass auch der Lehrplan von Hogwarts Schwächen hat. Und überhaupt allgemein, der Schulapparat Hogwarts hat ja ein Problem. Wir wissen jetzt nicht genau, wie es in den anderen drei Schulen, anderen beiden Schulen funktioniert, aber... Aber meinst du wirklich, dass Karkaroff den kompletten Unterricht von allen Schülern so gut schmeißen kann, in jedem Fach? Weil es sind ja jetzt nicht Fachlehrer dabei. Ja, vielleicht ist es dann eher so, dass dann ältere Schüler so wie Tutoren fungieren für dieses Schuljahr und das alles ein bisschen lockerer ist. Eigentlich müssten die alle ein Jahr wiederholen. Ja, eigentlich schon. Allesamt. Außer Hogwarts, das geht, weil da wissen wir ja, dass der Unterricht halbwegs gut funktioniert, aber ja nur, weil sie in Hogwarts sind und die Strukturen ja genau weiterlaufen wie vorher. Und Harry und Cedric haben zum Beispiel auch keine Prüfungen, die sie ablegen müssen. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, dann natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, die unparteiischen Schiedsrichter. Also ich finde, die Schulleiter sind ja absolut parteiisch, das ist ja klar. Dann gibt es so super random, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr nur ist oder halt auch sonst. Es gibt zwei Ministeriumsmitarbeiter, die natürlich auch den Wunsch haben, für die Publicity den Sieg nach Großbritannien, also Hogwarts zu holen. Einer davon wettet ja auch und will deswegen Harry gewinnen sehen. Und der andere wird kurzzeitig von einem Assistenten, nämlich Percy, ersetzt, der ja aber vom Geschehen eigentlich nicht wirklich Ahnung hat. Und trotzdem kann man sagen, macht irgendwie Percy seine Aufgabe wohl noch am gewissenhaftesten, was ja irgendwie auch ein bisschen traurig ist. Ja, ist auf jeden Fall richtig, die Kritik. Aber das hatten wir jetzt im Laufe der Besprechung eh schon gesagt, dass es ein bisschen schwierig ist und wo die Unparteiischen dann, also dass wirklich jemand Unparteiisches hätte machen müssen. Dann gibt es ja insgesamt im ganzen Turnier zwei magische Objekte, die eine wesentliche Rolle spielen. Beide werden manipuliert. Der Kelch akzeptiert einen vierten Champion und der Pokal wird plötzlich zum Sportschlüssel. Also das spricht ja jetzt auch nicht wirklich für die Professionalität des Turniers. Und dann noch was für den Rest der Schüler. Quidditch fällt im ganzen Jahr aus. Das Schuljahr ist also für alle außer die Champions ziemlich normal und eher langweilig. Super nervig. Es gibt ja über das Jahr hinweg nur drei Aufgaben und einen Ball. Und dass dann Harry auch noch die Prüfung automatisch gewinnt, obwohl er ja nicht mal lernt, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich meine klar, er ist mit den Vorbereitungen fürs Turnier beschäftigt, aber im Grunde, außer jetzt irgendwie Zauberkunst vielleicht und Verteidigung gegen die dunklen Künste und Verwandlung. Was ist mit den ganzen anderen Fächern? Darauf wird er ja mit dem Turnier nicht vorbereitet. Nö. Naja. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, gibt es ja irgendwie allgemein ein paar Problemchen, sage ich mal, mit den Zuständigen des Turniers. Als allererstes verschwindet ja eine wichtige Mitarbeiterin, die in der Planung involviert ist, nämlich Bertha Dawkins. Dann meldet sich Barty Crouch Senior während des Turniers einfach krank, taucht völlig verrückt in Hogwarts auf und verschwindet daraufhin spurlos. Ein Champion wird angegriffen, nämlich Krumm und einer der Schulleiter wird nervös, weil sein dunkles Mal sich meldet. Und also da läuten bei mir alle Alarmglocken, das wäre schon allerhöchste Eisenbahn, da mal was zu unternehmen. Red Flags, Red Flags. Und keiner reagiert. Ja, ist wirklich so. Und dann sind nämlich nach dem Turnier zwei der Richter einfach weg. Kakarov flieht und Backman flieht vor den Kobolden, die er übers Ohr gehauen hat. Also auch da müsste man eigentlich schon längst wissen, das war Humbug, was die da gemacht haben. Ja, und als letztes natürlich wollte ich auch nochmal mit dir über das Preisgeld sprechen. Tausend Galleonen. Das ist nett als Start in die Karriere nach der Schule, aber es erscheint mir doch sehr viel Geld zu sein. Ja, aber ist doch gut. Das ist doch für den Aufwand, den du hast, finde ich, ist das angemessen. Ja, findest du das eine gute Entschädigung? Ich weiß ja nicht, ich finde es schwierig, so junge Leute mit so viel Geld zu locken, nur damit sie bei so einem Turnier mitmachen. Also wir haben schon viele andere Probleme. Ich glaube, dass, also tatsächlich das Geld ist für mich das kleinste Problem an der ganzen Sache. Ich habe mich aber vielleicht dann noch gefragt, vielleicht war der Preis ja nicht immer schon so hoch. Weil früher war das ja noch mehr wert, ne? Also die Umrechnung war ja vielleicht auch anders und dann ist es jetzt einfach nur wegen Inflation gestiegen. Vielleicht gab es auch gar nicht immer Geld, sondern vielleicht gab es in anderen Jahren andere Dinge. Also irgendwelche magischen Artefakte oder besonders begehrte andere Sachen oder. Und natürlich müssen die es ja natürlich dieses Jahr besonders attraktiv für die Teilnehmer machen, weil sonst bewirbt sich ja keiner aufgrund der Vorgeschichte. Ja, genau. Eben, und dann machen 1000 Gallionen vielleicht in dem Schuljahr tatsächlich Sinn. Wobei ich finde, für das, für die Gefahr, der du dich aussitzt, ist ein äußerst hohes Preisgeld durchaus sinnvoll. Weil du ja auch irgendwie vielleicht das Mungus bezahlen musst. Oh Gott. Danach. Nein, aber gerade weil auch das zweite Lockmittel mit dem nie endenden Ruhm, da hatte ich ja schon gesagt, dass das ein totaler Quatsch ist und ich vergesse sofort jeder wieder. Ja, dann ist es vielleicht gut, wenn du wenigstens Geld hast. Ja, das stimmt. Ja, ich finde halt die Idee von einem internationalen Turnier der Schulen eigentlich ganz gut. Aber ich frage mich halt immer, warum man nicht irgendwas Normales macht, wo für jeden was dabei ist. Man könnte ja auch, wie wirklich bei Olympia, mehrere Dinge anbieten. Quidditch. Ja, nicht unbedingt. So zum Beispiel ein Zauberschachtturnier oder Wettfliegen oder sowas oder allgemein so Zauberduelle. Es kann ja auch eins zu eins gegen jemand kämpfen, so auf eine gesittete Art und Weise. So Boxen gibt es ja auch, ja. Ja, oder wer kann die besten Sachen züchten, ne? Ja, genau. Irgendwas mit magischen Tieren oder Tierwesen oder Pflanzen, genau. Aber irgendwas, was halt auch altersangemessen ist und was man im Unterricht auch lernen kann. Weil das sind ja Dinge, die bringen dir weder was als Vorbereitung fürs spätere Leben, noch wurdest du bisher in deiner Schullaufbahn auf diese Dinge vorbereitet. Das kann ja keiner wissen und können. So das übersteigt doch alle Fähigkeiten. Also dann ist es ja auch notwendig, dass du unterstützt wirst von deinem Schulleiter. Weil wenn wir jetzt überlegen, Krumm hat keine Ahnung von Zaubern, wie man unter Wasser bleiben kann. Und wenn du das nicht weißt, dann ist er ja auch nicht der Typ, der ständig in der Bibliothek sitzt. Dann bist du doch darauf angewiesen, dass dir jemand hilft, weil sonst hast du auch verkackt. Dann brauchst du gar nicht antreten. Dann kannst du da oben stehen bleiben am Rand des Sees und warten, dass die anderen nach einer Stunde wiederkommen. Und sagen, ich habe kein Seepferdchen. Ja, ich kann leider nicht schwimmen, Entschuldigung. Ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig, das Turnier bräuchte eigentlich mal ein bisschen frischen Wind. Aber im Grunde sind wir ja nicht wirklich traurig darüber, dass es jetzt nicht mehr stattfindet. Also wir sind traurig über den Ausgang des Turniers 1994, 1995. Aber jetzt die Konsequenz, dass es nicht mehr stattfindet, ist vollkommen okay. Und ich finde einfach, die Zauberer und Hexen sind dann irgendwie doch zu risikobereit und wollen einfach zu viel Action, als dass es sicher genug wäre. Und das Dramatische ist ja auch noch, dass 1994 beziehungsweise 1995 dieses Turnier als ein sehr spannendes Turnier begann und dann aber im Zaubererkrieg endete. Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe mir noch überlegt, dass ich das Trimagische Turnier für absolut auch leichtsinnig halte. Also ich habe mir dann gedacht, es soll ja nicht nur für den Zusammenhalt, für internationale Verbindungen sorgen, sondern auch für Unterhaltung. Und ich finde es doch schon sehr martialisch und makaber, sich von solchen Sachen gut unterhalten zu fühlen. Gerade so Aufgaben mit den Drachen oder wenn du weißt, dass in dem Labyrinth was da drin auf die Champions wartet. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie unterhaltsam ich das finden kann als Zuschauer. Noch schlimmer ist, wenn ich davon nichts mitbekomme. Das heißt, du setzt Schülern einfach nur diesem Risiko aus und denkst dann, du bist unterhalten und dann kommen die wieder und dann sind die verletzt, getötet. Wie auch immer, 1792 sind sie ja auch getötet worden zum Teil. Oder da denke ich mir so, okay, also das ist nicht diese Art von Unterhaltung. Ich glaube, die Zaubererweilheit mehr zu bieten und das Trimagische Turnier in meinen Augen keinen Sinn macht und abgeschoppt werden muss. Das ist ja wohl ganz klar. Das stimmt. So, eine spannende, interessante Folge. Ja. Ich hatte das letzte Folge, also es war eine Tratsch-Folge, schon angekündigt, dass ich vermeintlich die CD gefunden habe mit Marios Klarinettenstück, wo er für mich Harry Potter Soundtrack aufgenommen hat. Letztes Mal hat das technisch nicht funktioniert, aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden und theoretisch könnten wir das noch abspielen, bevor wir zur Eulenpost kommen. Was heilst du davon? Ja, machen wir doch. Ich habe es dir gerade per Mail geschickt. Du musst es nur noch öffnen und es dir anhören. Ich habe es dir einfach verloren. laus Oh mein Gott. Aber schief. Sweet. Das war witzig auch ein bisschen. Ja, voll. Das ist halt auch einfach schon richtig lang her, muss man dazu sagen. Das ist so crazy. Also ich finde es auch witzig, mir Marius vorzustellen, wie er Klarinette spielt. Ja, das Ganze war natürlich auch nur ein Scherz, weil er hatte irgendwann mal mitbekommen, ich glaube, ach ja, ich hatte Akkordeon gespielt für einen Geburtstag von einer Verwandten, Verwandte. Und er hat dann einen Film von mir bekommen, weil das meine Mitbewohnerin gefilmt hatte und ich fand das halt super lustig. Und dann habe ich halt immer gesagt, so, jetzt musst du mir aber auch mal was von der Klarinette vorspielen. Dann hat er gesagt, nö, auf gar keinen Fall. Er kann das auch gar nicht mehr. Und das wäre ihm auch zu unangenehm, das vor mir zu machen. Und dann hat er mir halt eine CD aufgenommen, heimlich, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und hat mir die dann quasi gebrannt und geschenkt. Mit drei Liedern, wie gesagt. Und das fand ich schon ein bisschen cute. Das hat er extra gelernt. Ja, nee, das finde ich auch gut. Er hat ja auch am Anfang gesagt, dass er das ein paar Mal machen musste, weil er da ja ein bisschen nicht mehr so drin war in dem Flow von der Klarinette. Ich finde das auch sehr aufmerksam. Das ist ja auch aufwendig. Dann hat er in seiner Freizeit für dich Zeit aufgewendet, um das zu üben. Und ja, wenn ich nicht so eine große Abneigung Musikinstrumenten jeglicher Art gegenüber hätte, würde ich das vielleicht noch ein bisschen mehr feiern. Man muss natürlich auch sagen, Klarinette ist jetzt nicht das schönste Instrument. Und es ist natürlich auch im Original-Soundtrack nicht dabei. Und man weiß jetzt auch warum, sage ich mal. Also, aber ich glaube, Klarinette kann im Orchester cool sein. Im Orchester, ja. Also, als Einzelstehendes Instrument, glaube ich, ist es nicht so optimal. Bei Gitarre oder so kannst du ja auch dazu singen, ne? Dann kannst du dich selbst begleiten. Das ist jetzt bei der Klarinette ein bisschen schwierig. Du musst dich entscheiden. Ja, das stimmt. Ja, aber es war doch ganz witzig. Aber ich finde es doch cool. Jetzt habt ihr alle mal Marius gehört, wie er Klarinette spielt. Ja, genau. Haben wir denn auch eine Eulenpost? Ich glaube, du bist dran, oder? Ach, Mist. Okay. Wenn du das so genau weißt, dann hast du wahrscheinlich recht. Nee, weiß ich nicht. Aber es war so, schon bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir gedacht, wir müssen noch Eulenpost machen. Und wie hatte ich das Gefühl, dass du dran bist? Na gut. Es war nur, es ist nur ein Gefühl. Ja. Die Eulenpost heute kommt von SilberflussHPWK oder so? Ach, von WarriorCats. Ah, okay. Ah, okay. Äh, okay. Damals. Ja, aber das ist 100 Jahre her und ich erinnere mich an nichts mehr. Aber das ist ja auch eine Buchreihe. Aber ja, genau. Also wenn, dann habe ich, ja genau, da hast du recht. Ich habe Trima, äh, ich habe das Trima hier gelesen. Cool. Äh, ich habe, äh, es ist eine Triologie. Na ganz klar. Ähm, ich habe Twilight gelesen. Und was habe ich noch gelesen? Ich habe Tinten, Blut, Herz, Tod gelesen. Ah, das habe ich auch gelesen. Das habe ich sogar mehrmals gelesen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, da ist ein neues Buch rausgekommen von Cornelia Funke. Letztens erst. Weiß ich nicht genau. Crazy, ne? Ich habe tatsächlich auch Tribute von Panem gelesen. Du nicht, ne? Ich nicht. Ne, ne, ich habe auch das nicht geguckt. Die Bücher sind richtig geil. Ich feiere die Bücher hart. Das letzte ist nicht so meins, muss ich sagen. Es ist aber oft bei mir so, dass ich mit dem Ende immer nicht so zufrieden bin. Aber die ersten bei Büchern sind nice, wirklich sehr, sehr lesenswert. Aber ich glaube, ich bin da jetzt raus. Ich würde das jetzt nicht mehr lesen. Ne, ich lese jetzt auch einfach keine Fantasy-Bücher mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber damals, ähm, noch Anfang meiner Studiumzeit, habe ich noch Das Tal gelesen. Stimmt, das wolltest du mir, hast du mir mal ausgeliehen, aber ich habe das nie gelesen. Und das habe ich witzigerweise einer Freundin jetzt geschenkt, die ganzen, das sind, ich weiß gar nicht wie viele, acht Bücher oder so sind das. Weil die das gerne noch so liest, so Fantasy-Sachen, die so in der Uni spielen. Die fand das erste Buch auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und das ist auch echt eine coole Geschichte. Das ist auch von einer deutschen Autorin. Und, ähm, ja, die Bücher fand ich auch immer richtig gut. Aber aktuell lese ich keine Reihen, außer höchstens so Krimi-Reihen. Aber eigentlich auch die nicht mehr. Also ich lege, also wie ich ja schon häufig erwähnt habe, lese ich ja nur so Schundromane. Da gibt es auch mehrteilige. Aber das ist jetzt echt nichts Weltbewegendes, wo ich sagen würde, wow, das ist jetzt hier eine richtig tolle Reihe. Ich empfehle da jetzt auch nichts, weil, ähm, erstens mal wahrscheinlich die meisten das gar nicht so teilen. Und zweitens, äh, dass jetzt auch keine literarischen Werke sind, wo ich sage, so wow, da bin ich so mega überzeugt von. Hast du Herr der Ringe gelesen? Nee, hab ich auch nicht gelesen. Weil ich überlege gerade so, was noch so krasse Buchreihen sind, die man so gelesen haben sollte. Und jetzt von der aktuellen Zeit fällt mir gar nichts ein, ehrlich gesagt. Harry Potter, klar, absoluter Klassiker. Herr der Ringe, absolute Klassiker. Panem von mir ist auch in Twilight. Genau. Aber jetzt mehr. Ach hier, dieses mit dem Drachen, Aragorn, ist doch auch noch. Das habe ich, da habe ich zumindest, ich glaube, die ersten beiden Bücher gelesen. Peter Jackson, nee, Percy Jackson. Ist das ein Buch? Ja, ist auch ein Buch. Percy Jackson habe ich nicht gelesen. Ja, genau. Das kenne ich alles nicht. Das war halt dann nicht mehr so unsere Zeit. Da waren wir vielleicht dann schon zu alt für, ne? Kennst du noch Lemony Snicket? Ja. Das haben wir mit unserer Deutschlehrerin auch mal irgendwie gelesen. Waren wir, glaube ich, auch im Kino. Das ist auch eine sehr kuriose, sehr schlimme Reihe. Das gibt es auch als Film oder als Filme. Ja. Alle Filme, ich kenne nur den einen. Ja, ich glaube, es gibt zwei oder drei. Ich weiß es gar nicht, weil das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber die Bücher fand ich auf jeden Fall immer sehr skurril, sehr bedrohlich. Ja. Total. Und auch der Film, den wir gesehen haben. Ja, super gruselig einfach. Ja, irgendwie auch witzig. Weil es so kurios ist auch, ne? Ja, genau. Und so ganz merkwürdig, ja. Das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gute Bücher. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal was empfehlen. Ich bin immer offen für Neues. Muss jetzt kein Fantasy sein, aber wenn ihr tolle Bücher habt, hey, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, aber also wenn ihr Buchempfehlungen für mich habt, dann bitte müssen die Protagonisten irgendwas zwischen 21 und nicht älter als 35 sein. Ach so, älter ist mir egal. Aber jünger nicht. Ich lehne auch Bücher zum Beispiel ab, wo Protagonisten Kinder haben oder so ein, ja, weil ich mir immer denke, ich will, ich bin 30, ich will. Jung bleiben. Ich will träumen. Wenn ich lese, möchte ich, so unbeschwert wie es halt in so dramatischen Büchern sein kann, ich will da nicht noch, ich will da nicht so viel Real Life immer haben. So was erwartet wird, wie man leben soll und was so die krasse Realität ist oder so. Also Fantasy an sich lese ich ganz gerne. Ich habe auch vor kurzem erst so ein Vampirbuch gelesen. Das war eigentlich ziemlich cool, weil Vampire jetzt nicht so sind wie bei Stephanie Meyer, sondern so richtige Vampire waren. Das war eigentlich ganz cool zu lesen. Ich will nicht immer so mit der Realität konfrontiert werden. Das ist auch bei Serien bei mir so. Ich will manchmal einfach nur abschalten und ich will dann da echt, es kann auch echt stumpf sein bei mir. Also ich mag so College-Sachen eigentlich ganz gerne, weil das ist so, das ist schon, ich bin da schon raus aus diesem Leben, aber ich träume mich gern dahin zurück. Ich persönlich will nie wieder dahin zurück, ich bin froh, dass ich weg bin von all diesem Selbstfindungsgedöns, aber ich möchte auch nicht, also ich kann mich da noch gut so rein versetzen, weil es noch nicht so weit weg ist. Deshalb ist das immer eigentlich ganz cool. Aber deshalb, es muss schon 21 sein. Also Highschool ist auf jeden Fall nichts mehr für mich. Kann ich auch nie lesen. Ja, also wie gesagt, das ist das Gute an Büchern. Man kann sich ja quasi in alles hineinversetzen, was man halt eben liest. Da ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ja, und es wird ja auch immer mehr geschrieben ohne Ende. Also es ist ja, also Bücher sind ja irgendwie wieder, ich habe das Gefühl, Bücher sind wieder im Kommen. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch hat gar keiner mehr gelesen, aber in letzter Zeit höre ich immer wieder, ja, ich lese das und ich lese das und ich habe das hier. Das ist doch gut, finde ich eine gute Sache. Ja, und ich mache nur Papierbücher. Ja, ich auch. Ich habe kein Kind oder so. Ich auch nicht, ne, ne, mag ich auch nicht. Ja, aber es war wieder eine sehr interessante, schöne Folge. Hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Auch wenn du mich eben aus dem Sofa rausgesteucht hast. Ich war nämlich schon eingeschlafen, habe schon ein kleines Nickerchen gemacht und dann musste ich plötzlich wieder aufnehmen. Das war aber vollkommen okay so. Ja. Finde ich gut. Das passiert halt schon mal. Ja, bei mir häufiger. Toni und ich haben vor kurzem unsere erste Fanpost geöffnet. Stimmt. Da wollten wir noch mal kurz Danke sagen. Das war so cool. An die Mädels hauptsächlich. Es waren nur Mädels, die uns geschrieben haben. Zum Teil mit sehr lieben, sehr persönlichen Briefen. Und lange Briefe. Ich habe es so gefeiert. Und Zeichnungen. Also wirklich, also man hat wirklich so viel Liebe daraus gelesen und so viel. Das war wie Weihnachten. Ja, so viel Lob und es war wirklich, wirklich schön. Und ihr habt euch alle so viel Mühe gegeben. Das war echt richtig cool. Ja, weil auch Zeichnungen dabei lagen und Sticker. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wirklich. Das ist so verrückt. Genau. Es war natürlich so, dass auch die frankierten Umschläge dabei waren. Das hat auch richtig gut geklappt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, sie loszuschicken. Ich werde das jetzt aber, also wenn diese Folge hier rauskommt, dann sind die schon abgeschickt. Perfekt. Genau, dann haben quasi schon die ersten von euch tatsächlich unsere Sticker, die wir zuhauf hier haben. Ich habe dir ein Päckchen geschickt. Ja. Ende letzter Woche, glaube ich. Freitag vielleicht. Ah ja, okay. Müsste also jetzt auch demnächst ankommen. Und da habe ich auch noch mal ein paar Sticker für dich reingelegt. Ja, ich habe extra, ja, ich lebe hier gerade quasi in einem Umbau. Und ich habe die Jungs, die oben die betreffende Schublade hin und her getragen haben, extra aufgehalten. Und habe gesagt, stopp, ich möchte hier nochmal rein, ich brauche hier dieses Sticker, weil die Kommode, wo die drin waren, war die ganze Zeit so zugestellt, dass ich da nicht dran gekommen bin. Jetzt hat sich das aber gut ergeben, dass ich tatsächlich dran gekommen bin. Jetzt habe ich wieder, ich habe mir da einfach so zwei Hände voll, es sind so viele Sticker, zwei Hände voll Sticker rausgenommen. Jetzt kann ich die losschicken, da bin ich echt glücklich. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall auf Fanpost, wenn ihr uns noch was schreiben wollt. Die Adresse vom Postfach, das findet ihr unten in der Beschreibung und auch in den Highlights auf Instagram. Genauso wie unseren Merch-Shop. Ganz viele haben sich ja schon Sachen auch zu Weihnachten gewünscht und das finden wir auch richtig cool. Und schreibt uns auch gerne, was ihr euch bestellt habt und ob es euch gefällt. Genau, also ich habe mir vor kurzem unseren neuen Sweater besorgt, also den Hoodie ohne Hoodie, also das ist ja kein Hoodie. Ja, ist nicht gut. Und der hat tatsächlich noch ein bisschen andere Passformen als der Hoodie, den wir mit unserem Logo zum Beispiel hatten. Der Sweater ist so ein bisschen mehr boxy geschnitten, also ich liebe es, ich finde es richtig cool. Und der ist auch innen genauso flauschig wie der Pulli. Oh, geil, ja. Und ich habe den in schwarz bestellt und das ist einfach mega cool. Also das ist aktuell auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Ich wohne ein bisschen da drin, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil der super bequem ist und auch jetzt gerade im Winter mit Schal und Kapuze kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. So gerade wenn du noch eine Winterjacke hast, so wo kommt hier was denn? Schal, Kapuze, Kapuze, Jacke. Da ist das mit dem Sweater natürlich ein Riesenvorteil jetzt und da bin ich richtig glücklich. Ich habe mir jetzt ein bisschen verspätet zwar, aber habe mir dieses sandfarbene T-Shirt mit Ich bin ein Schokofrosch geholt. Ich bin gerade eh so ein bisschen auf diesem beige-braun-Trip und das T-Shirt passt einfach farblich perfekt gerade zu meiner Garderobe. Und was ich auch richtig feiere, ist der Beutel. Ich bin eher ein Beutelfreund zum Einkaufen oder so oder wenn man mal schnell ein paar Sachen einpacken muss. Ja, für die Uni. Ja, zum Beispiel gehe ich zwar nicht mal hin, aber wenn ich gehen würde. Ja, du nicht. Ja, aber ich finde den auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und den gefällt mir auch richtig gut. Und dieses neue Logo, das ist ja Teil unseres neuen Merchs, finde ich eh richtig cool. Ich auch, bin ich richtig überzeugt von. Lieb es einfach. Naja, dann moderieren wir das jetzt hier locker flockig ab, würde ich sagen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und wir hören uns bei einer neuen Folge Schokotratsch. Gutes Outro, wie immer. Souverän gelöst. So haben wir uns das alle vorgestellt. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ach ja, ich bin dran. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Schön. Ich bin ganz durcheinander. Ja, ja, okay. Ja, 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 ja. Und für die, die nicht wissen, dass das streamagische Turnier vielleicht drauf fällt. Ja, jeder weiß, das ist ja klar, aber jeder weiß auch, woher wir Dobby kennen. So, das müsste ich ja eigentlich auch nicht sagen. Ja. Also. Ja, das stimmt wohl. Ja, ja, okay, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das Trimagische, es fängt schon richtig gut an. Das wird bestimmt noch häufiger passieren. Entschuldigung. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ihr bei 1972, nee, 17, was? Da bist du. Ja. Gut, dass du mich trotzdem verstehst. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hier wird sich gerade ein Eis gehüllt. Ja, ich höre, es wird geraschelt und geraschelt. Geklappert. Bleibt für mich was übrig? Da klappert die Mühle am Rauch. Hat wieder Futterneid. Ja, du musst es dann nochmal reinstellen. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht fertig sein werde, wenn du mit dem Eis fertig bist. Zeig mal, wie viel noch drin ist. Ist einfach. Und dann gucken wir mal, wie weit du kommst. Okay. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Party-Croach-Junior. Nein, Senior steht hier. Party-Croach. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, Party- oder Party-Croach. Party-Croach-Junior. Warum sage ich immer Junior? Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Victor Crum muss... Victor Crum. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hast du dein Update eigentlich gemacht auf dem Handy? Ja, weil gerade habe ich einen Daumen gesehen. Hast du ein Update gemacht? Ja. Ja, dann war es gerade. Ja, ich weiß nicht. Das kommt immer nur zufällig. Das ist total scheiße. Vorhin bei... Als wir so gemacht haben, hätten wir es ja... Hätte ja schon eins sein sollen. Ah, da ist eins. Ich habe den Daumen vielleicht nicht so richtig... Man muss den so richtig so halten. Ach, ist ja jetzt auch völlig... Da! Jetzt hat es geklappt. Okay, super. Einmal mache ich noch das Herz. Ja, guck mal, wie zwei Idioten ein Gedanken. Oh, Herzen. Das war cute. Super, süß. Das interessiert die Zuschauer bestimmt brennend, was wir hier auf FaceTime machen können. Nee, auf gar keinen Fall. Die beiden Omas haben es auch entdeckt. Haben ein Update gemacht. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh... Was habe ich gesagt? Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Boah, da habe ich hier viele Rechtschreibfehler dann. Sieht keiner. Das ist nur rot. So kurz lesen, was ich hier geschrieben habe. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Antonia. Ich habe es. Yay. Ich habe fast deinen Nachnamen gesagt. Fast, aber nur. Was ich schon alles gepiept habe, du. Glaube ich. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Am Mittwoch sehen wir uns dann wieder mit einer neuen Schokofroschkarte. Und mal wieder korrigiere ich dich. Wir hören uns in der nächsten Woche. Wir sehen uns. Halt. Und die Zuschauer hören. Stopp. Die Zuhörer hören wir. Stopp. Ich habe gesagt, wir sehen uns mit einer Schokofroschkarte, aber das ist unsere Schokofroschkarte. Nächste Woche sehen wir uns in einer neuen Folge. Wir sehen uns trotzdem nicht. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe mich komplett vertan. Naja. Wir waren also einfach immer. Also wir waren einfach komplett falsch. Ich wollte euch nur testen. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist Optimus Prime. Okay.